So, wo hab ich denn mein Passwort? 30 Levels haben wir noch. Jo, und Klings ist wieder gar nichts Führer. Das wollen wir doch direkt mal ändern. Direkt mal anpassen. So, jetzt Klings ist der gar nichts Führer. Genau, ist es wirklich wichtig. Gar nichts Führer zu sein ist wirklich wichtig, das stimmt. Das ändert nämlich ganz viel. Ich hab überlegt, ob ich... Kann man VIPs machen? Geht das eigentlich schon als Affiliate? Weiß ich gar nicht. Ich hab überlegt, ob ich VIPs mache, der gar nichts hat zurzeit. Aber weiß ich auch nicht. Dann kriegt man ja was dafür. Und hallo Remi. So, bevor ich jetzt aber anfange, wollte ich was witziges zeigen zu diesem Spiel. Das hatte ich irgendwie zufällig gefunden. Dafür mache ich jetzt die NTSC Version grad nochmal aus. Und packe mal die PAL Version rein. Und dann will ich nur kurz was zeigen. Weil wenn ich jetzt ähm... Wenn ich jetzt weiter drücke, kriege ich eine Sprachauswahl. Und welche Sprache soll ich nehmen? Englisch? Francias? Espanol? Oder Deutsch? Kennt ihr Deutsch die Sprache? Das ist eine super Sprache. Deutsch. Großartige Sprache. Das ist natürlich ziemlich cool. Das ist witzig. Das ist witzig. Ja, Switzer Deutsch ist das. Ja, ich verstehe. Guck mal. Das ändert glaube ich sonst weiter nicht großartig was. Das Spiel hat jetzt immer noch Push-Over. Es ist ja nicht buggy. Es ist einfach nur falsch übersetzt. Ich würde trotzdem lieber auf NTSC spielen. Aber Deutsch. Wenn einfach das Deutsch schon falsch da steht, dann weiß man. Das ist halt... Da ist auch nicht viel zu übersetzen. Bei dem Spiel. Aber trotzdem hat man das gut vermasselt. So, 30 Rätsel. Schaffen wir die heute, was meint ihr? Alle 30 letzten Rätsel, jetzt schaffen wir die heute. Wäre natürlich cool. Wir sind in dieser bunten Welt immer noch. So, was sehe ich denn in dieser Stage? Da ganz ehrlich, ich push erstmal einfach um zu gucken was passiert. Weil das meiste klappt irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja? Okay, das klappt nicht. So. Also muss ich da was ändern. Was könnte man da denn ändern? Ich habe hier oben einen Delay Stein. Der muss hier nicht unbedingt stehen. Den könnte ich halt wegnehmen. Ich will eigentlich auch, dass der Tumbler sich umdreht. Ich habe hier unten aber auch ganz viele Delay Steine. Also was mir in die Idee kommt, ich reset einmal die Zeit. Ach, ein Schwein ist das. Wenn man, wenn man, wenn man das nicht, wenn man nicht gerade ranzoomt an dieses Schwein, dann sieht das aus wie so ein Anime-Mädchen oder so. Mit, mit, äh, Pferde, mit hier Ponytail und so on. Oder so. Also irgendwie, das scheint mir das halt nicht richtig zu sein, was ich hier mache. Ich dachte eigentlich, dass ich den Tumbler da oben hinbringen könnte, das kann ich aber nicht. Oh, ich könnte das aber so machen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das klappt. Ne, das klappt ja natürlich nicht, weil da fällt er ja drauf. Okay, das machen wir nochmal zurück. Okay, das Ding ist, die crashen da beide zusammen. Und bei dem explodierenden Block, obwohl nein, beim explodierenden Block ist eigentlich richtig, dass der Tumbler da reinfällt. Aber hier muss ja auch noch was passieren. Die müssen ja auch noch irgendwie umfallen. Irgendwas muss das hier noch anstoßen. Kann ich da unten, ne, da unten kann ich gar nicht hin. Der explodierende Block, der muss eigentlich wirklich nicht da sein, oder? Sehe ich das richtig? Eigentlich, ah, wenn der Tumbler von da, dann klappt er hier gegen, und das müsste eigentlich gehen. Wofür brauche ich den explodierenden Block, ist hier die Frage. Gar nicht, habe ich das Gefühl. Kann ich den irgendwo als Filler hinpacken? Hier einfach. Ha, das hat ja gut geklappt. Es gibt bestimmt wieder mehrere Wege, das hier zu lösen wahrscheinlich. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche den explodierenden Block nicht. Dann ist halt die Frage, wo ich den haben will. Damit, wenn nicht alles ruiniert. Das sehe ich hier einfach am Ende, oder so. Ich hoffe, da passiert nichts Schlimmes. Ah, doch, ich sehe noch was, was nicht klappt. Aber das müsste auch gehen, wenn ich da einen Stein wegnehme. Und zwar hier, der Stein, der gelbe Stein fällt nämlich runter, der letzte. Und crasht dann hier gegen. Das heißt, der muss da auch weg. Den kann ich einfach am Anfang reinpacken, oder so. Dann kann ich auch einfach hier hinlegen. Nein, dann prallt er nicht ab. Doch, ich kann ihn da hinlegen, wenn ich ihn als zweites mache, oder so. Das scheint mir auf jeden Fall nicht die Internetlösung zu sein. Scheint mir allerdings auch zu klappen. Bin noch nicht sicher über den explodierenden Stein. Oh, da, der... Mist. Was macht der explodierende Stein? Der hat doch für einen Crash gesorgt. Okay, doof. Dann... Ja, dann brauche ich doch den explodierenden Stein. Kann ich den dann zum Beispiel als erstes einfach wegnehmen. Was hab ich denn da noch geändert gehabt am Anfang? Ich bin sicher. Ja. Die explodierenden Stein muss ich dann hier hinpacken. Wieder. Das wird knapp von der Zeit. Obwohl, wenn ich den hier oben vielleicht platziere, kann ich damit runterfallen. Und dann platziere ich den hier... Ne, dann crashe ich auf den gelben damit rauf. Ich muss den ganzen Weg hier runtergehen. Mit dem Stein quasi. Naja. Ob das so klappt, bin ich mir nicht ganz sicher. Natürlich ist das gecrasht, ey. Hätte aber geklappt. Moment. Da komme ich nicht hin. Ich komme leider nicht zum Vanishing Stein hin. Doch. Zu einem. Dem hier. Er muss da nicht sagen. Den stattdessen da hin packe. Dann kommt einfach mal an den Anfang. Das passt. Ich brauche noch wieder einen Platz für den hier. Blöden explodierenden Stein. Dann packe ich den hin. Ohne dass was Schlimmes passiert. Da. Der kann früher abprallen. Das ist egal. Obwohl, das ist genau eine blöde Stelle, glaube ich. Hier. Ich muss nur noch der weg. Und dann könnte das hinhauen. Gut, dass man hier echt viel Zeit hat. In dem Level. Hier könntest du wesentlich mehr machen noch. Mal schauen. Der verschwindet direkt. Ach komm, ey. Ich dachte, der fällt wenigstens. Ach komm, das kann doch nicht so schwer sein. Ich weiß. Aber jetzt. Ich habe ja so viele Delay-Steine, mit denen könnte ich noch irgendwas machen. Die Frage nur was. Ich muss auf jeden Fall noch mal ganz anders hier rangehen. Ich gucke mir nochmal an, wie das passiert am Anfang. Ich gucke mir nochmal an. Ich gucke mir nochmal an. Ich gucke mir nochmal an. Ich kann aber viel machen in dieser Stage, ist das Ding. Ich kann zum Beispiel auch diese rote Wand. Hey, Anni, ja. Sieht so aus. 30 Level muss ich noch. Ich könnte die hier hinstellen. Dann schubst du Amalie an. Dann nehme ich die rote Wand weg. Ähm, Anni, das müsste gehen. Das müsste gehen. Hoffe ich. Na, da ist halt wieder der Gelbe da oben, der mir dann im Weg liegt, oder? Aber... Aber... Liegt mir der Gelbe wieder am Weg. Ich sehe das schon. Kann ich die von hier irgendwie aktivieren mit dem Gelben. Das könnte auch gehen. Wenn ich das hier so mache... Ja, das geht alles wieder ein bisschen anders. Ah, jetzt wird das ein bisschen chaotisch wieder, aber ich probiere ihn gerade nochmal aus. Wie ich mir das denke. Also der könnte halt dagegen fallen und dann in die Richtung hier runter. Dann aktiviert der die alle. Das ist mir die alles zu... Ab... Hier ist wieder so ein doofer Explosionsstein, der mir im Weg ist. Quasi. Den kann ich aber vielleicht hier mit einbauen. Ja, das kommt von der Zeit gerade schon mal nicht mehr hin, denke ich. Ich habe viel zu viel gemacht, dass ich mir das jetzt alles merken könnte. Das Problem. Zeitlich haut das leider nicht mehr hin. Der fällt dann genau auf den anderen. Aber das... Okay, ich muss das irgendwie nochmal machen. Das hätte irgendwie hingehauen, glaube ich. Aber schade, das hat von der Zeit nicht mehr hingepasst. So ein Dreck. Habe ich mir noch nicht gemerkt. So, der fällt dagegen. Und aktiviert die alle. Das hat so hin. Jetzt brauche ich da oben noch einen, der spiegelt. Das war da. Schrecklich. Der kommt da hin. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass der da unten nicht crasht. Das heißt, ich kann den halt woanders hinstellen. Und zwar irgendwie hier zum Beispiel. Oh Gott, das könnte hinhauen. Gott, oh Gott, oh Gott. Das war aber... Auf jeden Fall gibt es da eine bessere Lösung. Echt? Ich habe mir da den Weg versperrt. Oh Gott, das kann man bei Leitern machen. Ich glaube, das haut aber trotzdem hin. Ich kann da runterfallen. Ich wusste nicht, dass man sich Leitern versperren kann, tatsächlich. Interessant. Gucken wir mal, ob die Leiter auch versperrt ist. Gut, Gott sei Dank nicht. Krass, ja. Oh boy. Das war doch mal eine Stage zum Anfang, ne? Da hingen wir gerade direkt mal eine Weile. Okay, ich habe einen Splitter. Den würde ich garantiert nicht hier haben, wo er jetzt ist. Ich habe den Winlem. Also ist der Winlem. Da habe ich wissen, unbedingt. Bist, aber der Winlem. Also warten für den Winlcon. Und dann gehen wir mal. Bist, ihr wollt. Okay, ich will eben gucken, was hier passiert. Also eindeutig muss der Splitter wahrscheinlich dahin. Aber da passiert schon wieder so viel. Okay, das Einzige, das sieht komisch, das sieht noch voll unfertig aus. Aber das Einzige, was ich machen muss, ist dafür sorgen, dass der rechte zuerst ankommt. Und ich glaube, wie ich das lösen kann, ist, dass ich den hier rechts splitter anstatt links. Das Problem ist nur, ich kann das hier nicht pushen. Weil ich voll nichts vor die Tür setzen kann, ja. Kriege ich meine Steine irgendwo anders runter? Halt auch. Nicht. Außer. Ich packe da einen Delay-Stein hin. Man kann da runterklettern, natürlich kann man das. Wie dämlich ist das denn, ey? Alternativ könnte ich auch einfach die Delay-Steine hier auf der linken Seite austauschen. Das könnte halt auch gehen. Holen wir das erstmal. Das könnte sogar die gewollte Lösung dann sein. Zum Schluss brauchst du keinen Delay. vomat Neither. Tier Zлив Das könnte es ja auch ein bisschenmez sein. Wüahe bei theor Schauen Genau gleichzeitig Ah, echt jetzt? Mach ich doch mal meine erste Lösung wieder Geht ! Hey Huh 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 eine mischung aufs beiden gehen um eigentlich sicher zu gehen ich stelle echt war bei weitem nicht so dolle irgendwie alle anderen ich muss doch noch die ganzen steine unterbringen das habe ich vergessen ich da trotzdem alle steine runter ich habe das gefühl nicht und er aktiviert den letzten stein das ist halt auch schlecht oder es klappt alles vorne und hinten nicht merke ich gerade weil ich meine steine nicht los werde ist schlecht okay das haut nicht hin die stürze bei dem spiel nicht so wirklich muss ich sagen das help ist stimmt oder das ist halt wirklich nervig hey das ist nervig aber man kann nicht soundeffekte alleine ausmachen leider okay mir ist noch eine methode eingefallen zwar ich will das weiterhin hier und das war ja genau gleichzeitig das musste ich echt nur minimal weiter nach hinten nach vorne die land ich habe die idee dazu jetzt packen wir erstmal die ganzen delay steine wieder hierhin das bleibt dabei alle drei jeden einzelnen brauche ich das war ja so austauschen muss eigentlich kann den explosions stein ein weiter nach vorne packen das muss das muss es quasi das wird sein entscheiden eigentlich oder weil vorher wasser genau gleichzeitig moment fehlt da irgendwo ein stein habe ich ein zu viel ich glaube es haut hin vor was genau gleichzeitig ist aber jetzt einfach ein stein nach vorne geschoben jetzt muss es eigentlich passen jawohl jetzt auch hin und jetzt erklär mir warum ich da nicht runter runterklettern kann da ist kein stein weil ich da die brücke gebaut habe ist das jetzt anscheinend irgendwie verpackt da oder was okay aber ich kann ja gott sei dank runter springen aber ich könnte die kann die leiter da nicht runterklettern warum auch immer und ich kann hier nicht hin weil was kommt der stein liegt davor aber was solchen dagegen machen das kann nicht wahr sein was soll ich denn dagegen machen der lichterhalter vor macht er halt so okay das raffe ich jetzt nicht wie soll der nicht davor liegen wie zum hänger kann dieser stein nicht davor liegen wir haben kein vanishing stein also geht das nicht einzig wie man sowas machen könnte ist wenn da ein tumbler durchkommt da muss der stein aber schon mal weg und da oben muss ein tumbler hin wie zum hänger soll das klappen jetzt bin ich durch was mache ich denn hier ich steig da nicht ganz durch durch die stage muss ich sagen also hier muss dann ein tumbler hin ging ich 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 und ich 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 What the fuck, einfach. Könnte sogar hinhauen, ich mach jetzt mal schnell. Ich glaube, das haut nicht hin. Ja. Obwohl, doch, Moment. Das haut hin. Aber es kommt nicht mit der Zeit hin. Okay, ich hab Gott sei Dank einen Screenshot gemacht. Ich wusste, es haut nicht hin von der Zeit. Ich hab mir einen Screenshot jetzt einfach gemacht, ey. Blöd, wie das klingt, ey. Ich find's schlau. Jetzt baue ich das einfach nach. Ich hab mich da. so das müsste richtig sein aber eine ganz 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 andere herangehensweise als am anfang ganz anders warum was habe ich da jetzt falsch gemacht ich habe die da unten nicht erwischt sich gerade ja macht irgendwie auch die hätte ich gar nicht erwischt natürlich schlecht hier unten muss hier auch noch erwischen okay ich mache das ohne push ich mache es ohne push ich mache es ohne push ist die lösung glaube ich ich bringe einfach alle blöcke da unten hin und push da zum schluss und dann mache ich es wie gerade ich 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 Einstein muss ich noch unterbringen irgendwo, haut das hin irgendwo? Den kann ich glaube ich noch hier hinstellen sogar, ne? Oh, das muss ich, oh das haut so nicht ganz hin, ich bin nicht irgendwo noch unter, das ist keine gute Lösung. Ich kriege den Steiner nicht rechtzeitig hin, ich muss das auch noch alles umpushen und alles. Mann! G finde ich gar nicht schlecht. Ich kriege den Steiner nicht unter irgendwie. Ah, ich kann den roten durch den Delay Stein ersetzen zum Beispiel noch. Da habe ich meinen einen Stein eigentlich, oder? Die roten muss ich ja nicht umschmeißen. Alles klar, mach's gut. Tschau! Jo! Heißt der Wolf! Das geht, moin moin. So, ich glaube jetzt habe ich es aber wirklich. Ich muss den einen Stein aber rechtzeitig noch, die Steine da unten noch rechtzeitig pushen. Das könnte ich eigentlich direkt am Anfang machen. Ich habe eigentlich noch genug Zeit, damit ich das machen kann, damit ich einfach jetzt umschopse. Oh, ich hoffe das haut hin. Das war keine konventionelle Lösung, auf jeden Fall nicht. Oh boy. Ja, ist es ja auch irgendwie, auf jeden Fall. Es ist ja einfach eine Kettenreaktion mit unterschiedlichen Elementen. Hier sind zwar alle Steine, aber die haben halt auch unterschiedliche Eigenschaften. So, was passiert denn hier automatisch? Das, 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 das. Hier passiert viel automatisch schonmal was klappt. Da gucke ich einfach mal wieder was an, was nicht klappt. Ich habe das Gefühl, ich muss hier was machen in der Zeit, weil da die Leysteine sind ohne Ende. Ich kann halt nicht wieder hoch, das heißt, ich muss hier wahrscheinlich in der Zwischenzeit was bauen. Es ist nur die Frage, was... Fuck, was passiert da alles? Okay, das einzige was passiert, da crashen zwei Steine. Ich habe eine blöde Frage gerade mal. Aber es kann sein, dass es eine Taste gibt, wo man Steine mit austauschen kann. Ich stelle sie halt einfach da hin. Man kann nicht Steine austauschen, soweit ich weiß. Man kann nicht Steine austauschen, sowas aus. es wird sicher dass ich muss die steine das ist wahrscheinlich gewollt dass man den stein da oben anschubst am anfang könnte sie noch steine aber mit runter nehmen und dann alle sachen machen es geht aber nur bis zum bestimmten grad du kannst den stein am anfang mit runter nehmen und du kannst ihn dann auch an anschubsen das heißt du musst es nicht am anfang machen ich könnte mir einfach mit runter nehmen und wenn ich dem das hier mit runter nehmen ist noch einer weiter dann kann ich halt einfach alles in der zwischenzeit machen hier kann ich wieder hin ich wollte gerade sagen was ich behaupte ist der delay stein über mir muss weg da komme ich nicht hin da komme ich halt tatsächlich nicht hin erscheint halt komisch er kräscht hier mit zusammen das heißt wenn ich den hier weg packen und crashen die schon mal nicht die frage wo packe ich den hin muss den irgendwo hin packen wo umfeld hier zum beispiel und ansonsten ist irgendwas schlimmes irgendwo ist noch was gecrasht ich schieb es jetzt schupps jetzt einfach mal an der ist ein robben weiters der kräscht er hinterher einfach noch okay und da oben kräschen sie auch logisch der feld hat auf dem drauf aber was kann man denn dagegen machen der kopf hinter dummen und was kann ich dagegen machen dass der da nicht drauf fällt ich kann den nicht berühren ich kann nicht austauschen das spiel hat 100 level genau zu sein die idee war dass ich heute vielleicht das spiel beende aber ich glaube nicht dran bei alle drei levels ich heute habe muss ich schon ziemlich dann dran 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 knabbern ich sehe nämlich nicht die möglichkeit was kann ich denn machen dagegen dass der nicht auf der tumbler nicht auf den delay steiner crasht der tumbler tumbler halt weiter da hilft nichts. Und ich kann da nichts machen. Äh... Hier was austauschen vielleicht? Den Stein? Den austauschen? Aber mit was? Den müsste ich mit der Brücke austauschen. Aber ich brauche auch alle anderen Brücken, wie es mir scheint. Und wenn ich den mit der Brücke austausche, dann... Den kann ich halt eigentlich auch nicht austauschen. So ist es, Alter, will ja eigentlich nicht gedacht. Ich denke mal, eigentlich ist es gedacht, dass man den anschubst. Und in der Zeit, wo das hier alles passiert, dass man dann noch irgendwas macht, irgendwas witziges austauscht. Große Frage ist nur was. Also, dass ich den hier austauschen will, das kann man halt machen. Und was ich da am Ende austauschen muss, ist klar. Aber am Anfang nicht. Ja, am Anfang muss ich irgendwas doofes austauschen. Wüsste nicht was. Ja, am Ende muss ich einfach die beiden tauschen. Das ist schon knapp von der Zeit, wenn man das so macht. Habe ich schon nicht geschafft. Aber wie gesagt, man kann den ersten aber mit runternehmen. Dann ist es zeitlich egal. Okay. ich sehe nicht wie was kann ich da überhaupt machen was könnte ich da überhaupt machen dass der kam da nicht auf den fällt ohne dass ich die überhaupt berühre da übersehte irgendeine blöde möglichkeit wie ich da hin könnte ich glaube nämlich nicht was da passieren könnte ist ja ich kann die von der anderen seite aktivieren frage ist das klappt sogar ja das klappt das klappt tatsächlich okay weil ich glaube dass man das in der zeit schaffen kann mit dem der stelle wo es könnte es könnte knapp 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 klappen könnte es aber ich mache das einfach mal in ruhe das ist ja meistens sind so die lösung wenn ich andere lösung finde also dass du nur so wenig wenig machen muss aber halt genau die richtigen sachen meistens sind meine lösung dann in letzter zeit ich mache tausend sachen und naja dann klappt es auch irgendwie so das sieht ganz gut aus ich glaube das hat er ich habe mich die da noch um war eigentlich recht offensichtlich muss ich sagen dass er die von der anderen seite aktivieren will naja ist offensichtlich wenn man es weiß ne okay was haben wir denn hier das sieht doch schon mal irgendwo gott also hey 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 das spiel ist ein werbespiel für was soll das werben jetzt denkst du dir gerade aus aber das ist noch zu mündlich ich du 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 Ich glaube, da passiert auch schon viel automatisch. Ich muss aber den hier noch auf jeden Fall wegpacken. Ich weiß noch nicht genau, wo der hin soll. Egal, der kann einfach mal weg vielleicht. Das ist vielleicht ganz okay. Mal schauen, ob das hinhaut. Zeitlich halt leider nicht mehr. Oh, was machen die L.A. Steine denn wie komische Sachen, wenn sie Treppen runterfallen? Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gemacht. Weil da ist das Spiel jetzt echt ein Werbespiel? Das glaube ich halt nicht. Da ist nichts drauf. Du lässt mich langsam glauben, dass es wirklich eins ist. So, okay. Der Klo ist. Da passiert ziemlich viel automatisch. Wie immer. Das ist dann ein Domino-Spiel. Natürlich passiert hier viel automatisch. Ich muss noch aufpassen, dass nirgendwo Steine aufeinander fallen, wie hier zum Beispiel. Und ich muss oben hinkriegen, ah ja, dass die beiden Steine aktiviert werden. Und das geht. Das geht, wenn ich mir einfach einen gelben Stein von irgendwo rechts oder links klaue. Ich steige da noch nicht gerade ganz durch. Aber das könnte klappen. Die Steine brauchen halt Ewigkeit bis wir fallen. Das habe ich noch nie gesehen mit diesen Delay-Steinen. Interessant. Ah, der Ascension-Stein habe ich noch. Kann ich den noch schnell einfach selber loswerden? Was ist da alles passiert? Eieieiei, da crashed ja alles. Oh boy. Ich muss dafür sorgen, dass aber nichts crash. Das ist ja schlimm. Hey! 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 Nicht pushen, Mann. Fällt der Gantt bis da runter. Ich weiß noch nicht, wofür ich den Essenzstein hier halt irgendwie haben will. Ich brauche ihn einfach mal irgendwo mit ein. Einfach damit er was macht oder so. Oh, da kann er so viel Crashpotenzial ist hier in dieser Stage. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal sehen, was nein. Ich glaube da crashed der Endstein. Okay. Ich glaube das wars aber. Andersen wars gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde den hinpacken, weil der ist so unnötig. Jetzt vielleicht. Ich baue diesen Delay-Stein hier einfach nochmal aus. Das ist echt ein Werbespiel. Okay, achso, man kriegt halt... Okay, witzig. Hätte ich jetzt hier nicht gedacht. Was hat denn da gecrashed? Mann! Was ist denn da passiert? Shit. Also hier ist es kein... Ja, hoffentlich. Dann muss der doch das hier auch mal irgendwann spielen. Das ist ja cool. Ich habe die beiden Steine hier nicht ausgetauscht. Das sehe ich schon. Was habe ich vergessen? Lediglich das. Kannst du notfalls, ja. Aber es gibt auch, glaube ich, Ressourcen für dieses Spiel. Aber klar könnte es so. Aber das Spiel ist ja wirklich nicht schlecht. Das kann man ja wirklich nicht sagen. Dafür das, was es macht, ist es halt echt ein interessantes Spiel. Es zieht sich halt eine Weile. Ich habe gerade den Überblick nicht komplett. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich kann doch mal kurz gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob der letzte Stein wirklich als letztes umfällt. Oh, die sind gecrashed. Mist. Ich könnte die beiden austauschen. Und das ist die eine Seite auf jeden Fall schneller. Das ist schon mal ganz gut. Aber jeder sagt das. Mir geht das genug und wirklich nicht auf den Zeiger irgendwie. Muss ich so sagen. Aber alle finden das komisch. Jeder kommt hier rein und sagt das. Ja, ich glaube auch. Ich finde es halt nicht so nervig. Okay, ich glaube, ich will die rote Linie da lassen. Damit die getrennt bleiben. Nee, ich habe die Koffer an. Ich höre das alles. Ah ja, das wieder. Fast vergessen. Hoffentlich passt das. Das haut hin, oder? Nein, meine Tür ist versperrt wieder. Oh, ich hasse es. Schon wieder da hasse es. Das passiert mir jetzt zu oft in letzter Zeit. Ich war ja schon am Ende mit den Uploads bei YouTube. Die haben ja in der Weile gestoppt. Jetzt habe ich halt wieder angefangen mit Kronoträger. Ach, das ist mal wieder vor der Tür. Einfach wieder ein blöder Stein vor der Tür. Ja, ich hasse das. Weißt du was? Mit den Steinen werde ich jetzt einfach los, indem ich einfach runterfalle. Das geht nämlich auch. Ich glaube, das geht. Okay, der ist jetzt einfach weg. Ne, warte mal. Ich bin auch weg. So, bloß nichts vor der Tür liegen haben. So, du kommst hier hoch. Oh ja, ist ja ein langes Spiel, Kronoträger. Deswegen war es halt länger. So, der verschwindet, wenn ich runter springe. Richtig? Der ist jetzt da. Ich glaube, das geht sogar, dass der da ist. Ich habe bei weitem nicht gewollt, aber ich glaube, das geht. So, noch ein Versuch. Oh boy. Das Potenzial ist so groß, dass ich irgendwas vergesse. Okay. Okay, was ist das für ein Bullshit? Der Tumblr-Block hört da auf zu rollen. Warum? Das ist doch wieder irgendein Jank mit dem Ascension-Block, der da ist, ey. Oh, das war jetzt... Da wurde ich geraubt. Da wurde ich geraubt. Der hätte da einfach weiterrollen müssen, wie normal. Aber nein, der hörte einfach aus zu rollen. Weil Magic. Dumm. Können wir diesen Stein hier loswerden einfach, ey? Ich glaube, ich hätte ihn ja auch einfach in der Mitte hier platzieren können. Hier. Das ist wie viele orde Mariksi. Da ist ja halt ich kronische Gethse characteristics. Und das ist gut. Und das ist schon ganz schnell. Oh, oh, na, es haut doch wieder nicht hin. Ja, ich werde mir wieder blockiert. Geh in die Tür. Geh irgendwie in diese Tür. Kann man da nicht irgendwas skippen? Wenn ich da in die Tür reingehen kann, kann ich die crashen? Kann ich in die Tür rein? Ach, Mann, ey. Bullshit, ey. Und nochmal. Ja, Mann, ey. Vergessen, dass der halt in die Richtung umfällt vorher. Aber das kann ich machen hier. Und dann... Jetzt muss ich eigentlich nur auf diesen Stein hier loswerden. Wo werde ich den hier als letztes hinpacken, könnte das funktionieren. Obwohl, ich kann den auch einfach da. Ich kann den einfach hier hinpacken. Hier ist Platz für den Steinmeer. Jetzt aber, oder? Jetzt aber. Jetzt aber. Oh, wie können denn die denn da crashen? Oh, nein. Ich kann einfach die rote Wanda wegnehmen, theoretisch. Ich weiß nicht, wenn das passt. Dämlich, ey. Ach, Mann, ey. Immer diese Kleinigkeiten, ey. Oder zwei gelbe Blöcke hin. Ja, Mann. jetzt endlich jetzt wird es wirklich mal Zeit okay okay nur mal kurzes ich stream jetzt schon eine Stunde 15 ich hab drei Stages geschafft ist das jetzt ernst also wir schaffen Thomas heute nicht würde ich mal sagen okay was passiert hier einfach mal so gucken ich könnte einfach mal so klappen das Level das wäre doch cool der fällt für immer der fällt nicht um der Stein das ist schon mal ein Problem okay ich komm mal nicht weiter runter okay ich kann da auch einfach nicht runterspringen nicht mal mit dem Stein das heißt ich schubst das hier oben an gehe dann schnell hier runter und mach was also ich denke schon mal was ich machen kann ist halt dass ich den wegpacke das kann ich hier oben machen dann muss ich halt nur dafür sorgen dass der Stein langsamer umgeschubst wird eigentlich ist der Fall wie ich das mache weil ich weiß weil dróc bei mir k das ist Ah, okay. Fast. Ich könnte dann auch dafür sorgen, ne? Ah ja, Moment. Obwohl, ich will ja nicht, dass er später aktiviert wird. Ne, das will ich ja nicht. Hm, das war mal falsch. Falsche Idee. Der muss halt weg hier, alles klar. Ah, und ich kann das Ende früher trägern, wenn ich einfach einen Stein nehme und darunter falle. Ist das richtig? Ist scheißegal welchen Stein, ich kann einfach den hier nehmen und dann... Äh, das war tatsächlich der falsche Stein. Aber ansonsten geht das. Dann passiert das hier alles früher. Ah, das könnte gehen. Vielleicht, vielleicht reicht das. Mal schauen. Ja, das reicht. Nice. Was soll das gewesen sein? Warum ist da was gecrashed? Ah, okay. Das ist natürlich doof. Wo belebe ich den Fall? Mist. Schade, ich verliere die Idee sehr gut. Aber ich bleibe da nochmal dran hängen. Vielleicht kann ich damit was machen. Das darf halt nur nicht crashen. Ah, dann könnte das alles wieder zu knapp sein, wenn ich das anders machen muss. Verschaffe ich mir minimal Zeit, indem ich den einen nach hinten packe? Nee, dann fällt der da rauf. Das geht halt auch nicht. Ich kann mir viel Zeit verschaffen. Sehe ich gerade. Obwohl, der gelbe dann eventuell nervt. Oh boy. Oh boy. Das ist wieder ein hin und hergemacher hier. War das nochmal von vorne? Mal schauen. Warte, warum ist der jetzt dagegen? Habe ich jetzt nicht ganz gerafft? Ich habe gar nicht aufgepasst, was da oben passiert ist. Gehe ich den nochmal mit nach unten meinetwegen. Der passt da noch hin. Nee, ich habe den roten Block, der steht da falsch. Das klappt nicht, leider. Ei, 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 ei. Aber eigentlich nur, weil ich vergessen habe, den hier wegzupacken, oder? Das gefühlt halt viel früher aktivieren. Das gefühlt halt viel früher. Also, ich habe den roten Block. Oh, ich bin so, ich habe das nicht ganz, aber ich nehme auf. Das ist ein bisschen. Ich bin so, ich habe das nicht. Und dann kann man es nicht sicher. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht gemacht. Also, ich habe den roten Block. So, hm. What's it? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, ey. Oh Gott, oh Gott. Ich muss das hier oben so doll in die Lane, das ist halt krass. Ich muss das hier oben so doll in die Lane. Ich kann die Lane als Treppe benutzen. Der stoppt ja dann zweimal quasi immerhin. Das müsste klappen, wenn ich da und dahin stelle. Okay. Keine Ahnung, ey. Das reicht. Ich glaube nicht. Ja, Crash auch noch da rein, stimmt, das habe ich vergessen. Alter. Hä? Hä? Warum sind die alle so schwer? Okay, ich mache irgendwas garantiert falsch. Okay, Idee. Ganz, ganz simple Idee. Mal schauen. Kann sein, dass es einfach hinhaut. Jetzt delay ich den einfach selber, ey. Wie ist das? Wie ist denn das, ey? Oh boy. Das reicht aber schon, oder? Oh, das ist knapp. Das ist ein Wettrennen. Hä? Hä? Was ist jetzt nicht? Der Endstein ist nicht gefallen. Kann ich das noch beheben? Nein? Okay. Ich nehme den halt weg zum Schluss. Jetzt müsste er hin halten. Jetzt möchte ich den hier meinen Weg noch weg, falls das wichtig ist. Okay, das war ganz anders als ich geplant hatte. Gut, dass ich dann noch mal selber gemerkt habe, ich muss mal anders anfangen. Oh boy, vier Levels in anderthalb Stunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben wir hier? Ich habe nicht genau, was eine Brücke macht. Gucken, wo der Anfang hier ist. Okay, ich muss dafür sorgen, dass die Treppe... Wer werben, welcher Stein muss den Endstein aktivieren? Der Essential Stein kann es ja nicht sein, weil hier drüber keine Decke ist. Das war jetzt ursprünglich meine Idee. Wenn ich sie rückwärts auf eine Treppe bauen muss, dass der Essential Stein den umhaut. Aber das kann er ja gar nicht, weil da ist ja keine Decke. Der Essential Stein muss hier reingehen, am Anfang reingehen. Damit er hier einen Tumblr Stein erwischt. Und zwar genau diesen hier. Wahrscheinlich. Rückenstein scheint mir fast ein bisschen sinnlos. Ich glaube, die braucht man nicht. Das heißt, ich will hier mal Eindruck versetzt machen wahrscheinlich. Und zwar sicher, da ich habe... Oh là... Das war schlecht. Oh, die habe ich noch gekriegt. Cool. Könnte halt hinahmen. Der haut jetzt noch den letzten da oben, damit er gestoppt wird. Das ist gut. Jo, was haut hin? Echt eine schnelle Stage mal wieder gehabt, ey. Jawohl. Hurra. Geht doch, ey. Geht doch. Okay, was passiert hier? Einfach mal, einfach mal einen Knopf drücken erstmal, bevor man irgendwas sich genau anguckt. Gut, der crasht halt da, ne? Ich glaube, der stört mich irgendwie. Achso, ich muss natürlich oben als erstes anschubsen. Das ist natürlich schlecht. Das ist die Frage, was kann ich da zeitlich machen? Sobald ich da einmal rotterspringen kann ich nichts mehr machen. Ich kann den nicht rechtzeitig stoppen, glaube ich. Das ist zu knapp. Ja, das ist woanders hin, boy. Scheint okay. Jetzt bin ich mir wieder nicht sicher. Mit dem... Wie hätte das noch geklappt? Ei, 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 ei. Ich habe keine Ahnung. Egal, einfach rein. Das war irgendwie ganz, ganz, ganz weird. Zum Schluss mit diesem einen gelben Stein. Es hat zufällig gepasst, wo der da lag gerade. Alles klar, weitermachen. Steht's über 77. Das heißt, gleich haben wir eine andere Musik und einen Hintergrund. Nach dieser Stage jedenfalls. Okay, großes Problem. Ich kann hier oben nicht wieder hin. Und eigentlich muss ich diesen Stein hier einfach pushen. Ohne dass was passiert. Ich habe keine andere Möglichkeit wirklich am Anfang. Das heißt, der offensichtliche Anfang wäre... ...das hier. Scheinen wir aber eher nach dem Ende. Also, diese Brücke scheint mir echt nur da zu sein, dass ich meinen Push brauche. Aber das ist klar. Das Ding ist, ich kann hier auch nicht wieder hoch. Das heißt, ich habe eigentlich nur eine Chance, diesen Split Block zu aktivieren. Und das ist von hier. Ohne Push. Schon ein bisschen weird erscheint. Da ist noch ein Splitter. Okay, ich sehe noch ein Splitter. Das heißt, wenn ich hier mit Delay-Blöcken... ...das so baue, könnte das hinwauen. Jedenfalls das Ende. Zeit ist halt sehr knapp. Und der ist offensichtlich hierfür da. Machen wir das einfach mal. Okay, da fehlt der Block. Ich glaube nicht, dass der aktiviert wird. Probieren wir es. Doch. Klar, sind nur die drei da hinten nicht. Ich hoffe mal, ob ich hier runterfallen kann mit dem. Er ist offensichtlich dafür, dass ich meinen Push verbrauche. Ich frage, ob ich hier beide Seiten aktivieren kann. Das ist der Anfang. Dass ich da runterfalle, oder? Und das Ding, dann reicht das hier ja nicht. Mit den drei Stangen. Gut. So müssen wir ja stehen eigentlich. Da kann ja nichts anderes. Ich habe doch keine anderen Möglichkeiten, andere Stangen zu platzieren. Hier muss halt was rauffallen. Die Frage ist nur, was? Ich habe hier wirklich keine Möglichkeiten. Doch, habe ich. Oder? Eine Möglichkeit habe ich noch übersehen. Und das ist der gelbe Stein neben dem Ziel. Das ist mir eigentlich egal, ob es die Löcke sind hier. Dann ist das der Anfang. Was mache ich aber mit dem anderen gelben Stein, der da ist? Ich sehe es. Ich sehe es noch nicht, dass es zeitlich hinhaut. Der muss halt da rechts hin. Aber. Nee, ja, das könnte er hinhauen. Nee, da komme ich nicht rechtzeitig hin. Ich habe hier diesen Stein. Dafür sind die ganzen Delay-Blöcke da. Okay, dann kann ich den hier hinbringen. Und das haut hin, oder? Ich muss hier die Brücke hinbringen. Oh, fuck. Weil ansonsten kann ich nicht zum Anfang. Okay, damn it. Ja, ja, ja. Okay, wir haben das fast. Wir haben das fast. Ich muss da nur einiges machen in der Zeit. Deswegen sind das auch da alles Delay-Blöcke hier. Ich brauche die Zeit. Ah, das war falsch. Mist. Hier muss ich zum Schluss nehmen. Wenn ich dann in der Zeitung komme, dass ich sie die ganze Zeit nicht verletze, dass ich sie nicht verletze, also ich sie wirkliche, das finde ich auswahl. Das werden wir nicht verletzen. Okay, das ist ja sehr sehr gut. Ich gebe das schon mal. Das ist jetzt voll, was ich nicht verletzt. Ich bin die Zeitung. Ich bin jetzt mehr ein bisschen verletziger. Und ich bin jetzt noch ein paar Mal. Ich bin da noch ein paar事. Ich bin jetzt nehmils, weil ich bin jetzt mit dem Lippen. Ich bin jetzt nicht mehr verletzt. Ich bin jetzt nicht so schön. knapp von der zeit man sagen hey und wir haben cash gefunden das war auch die letzte stage von welt 77 bei welt 7 jetzt gibt es wieder neue hintergrundmusik und neue hinter und neuen hintergrund ist da auch mal vielleicht was cooles haben wir jetzt der hintergrund ist wesentlich schon wesentlich angenehmer zum aufgucken so das sind ganz viele die leute da muss ich ganz viel machen in der zeit aber ich werde mal ganz kurze pause machen ich bin gleich wieder mal ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, aber weiter geht's mit Puzzlespaß und Dominostein. Okay, Delay-Stein und Explosionen. Onkel brötscht mit Nummer 1. Ei, 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 ei. So. Pushen wir den mal. Also Explosions-Stein ist nicht der erste, sondern der Tumbler. So sieht das aus. Und der ist dann hier gefangen. Und in der Zeit muss ich irgendwas machen. In der Zeit sind ganz, ganz viele Delay-Steine, die auch dann das Ende aktivieren. Die Frage ist nur, was mache ich in der Zeit? Das nicht. Phase für Phase wird das so sein. Was muss ich denn hier machen? Ah, ich gucke mir das Level erstmal an, bevor wir das jetzt richtig machen. Ähm. Ich denke, ich muss den Explosions-Stein hier hinsetzen. Und den nächsten Tumbler. Und den nach vorne. Die sich hier machen. Der Explosions-Stein kommt hier hin. Und das reicht schon. Das war's dann, ne? Das muss ich nur alles schnell genug machen. Ich will grad mal gucken, ob das Ende ist dann da. Naja, gut. Sollte machbar sein. Explosions-Stein hier rein. Muss man halt wirklich effizient machen, glaube ich. Beide wegen der Zeit. Das scheint noch ein bisschen langsam. Bisschen zu langsam. Bisschen. Ja, das kann ich nicht so machen. Wie mach ich die erste Runde effizient? Das ist das Ding. Der hier hin. Der. Da hin. Der. Mit. Hier hin. Naja, okay. Der Zweite ist nicht so schwer. Okay. Das ist glaube ich nur ein bisschen schneller gewesen. Diesmal. Ha. Du warst nah dran. Ich glaube, so haut das halt überhaupt nicht hin. Das ist wesentlich mehr Gegehr. So. So rum. Aber eine andere Möglichkeit sehe ich... Ich habe das Gefühl, ich mache das schon effizient. Hm. Das ist halt echt knapp. Wie kann ich denn das effizient machen? Wie kann ich die Steine hinstellen? Ich habe das Gefühl, ich mache das effizient. Ich würde jeden Stein nur einmal und gehe auf den langen Weg nur einmal jeweils. Ich muss den ja zweimal gehen, ist das Problem. Oh, das war... Und ich war eigentlich im Zeitlimmer drin, weil ich am Anfang so lange gewartet habe. Aber das war wirklich schlecht gerade. Das tut ein bisschen weh. Ich habe dann auch im Zeitlimmer drin. Okay, holy moly ist das knapp, ey. Na gut, erstes Level von Welt 8 geschafft. Okay, hier ist ein Explorer. Der kommt logischerweise weg hier. Hab ich ein bisschen doof gemacht, hätte ich den gleich mitnehmen sollen. Aber Side Limit ist riesig in dieser Stage, es verwirrt mich gerade noch ein bisschen, warum das so ist. Sieht sehr simpel aus aktuell noch. Explorer hier hin, Brücke davor. Das macht der Tumbler und der Ascension Block da unten, ist die Frage. Sieht aus, ob es genauso gemacht ist, dass die crashen. Okay, ich weiß was, ich hab ne Idee was ich machen könnte, damit das nicht passiert. Den letzten Stein will ich wegnehmen und runter bringen, eine Etage. Und das könnte dann schon reichen. Das könnte reichen. Die Tür ist auch hier unten. Passt das doch eigentlich, oder? Das war's. Jo, okay, das ging. Easy peasy. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schade. Wenn ich den von ganz rechts schieben könnte, dann hätte das geklappt. Kann ich aber nicht. Okay, jetzt einfach mal zum Testen. Jetzt klappt alles, außer die Reihe hier. Die Reihe unter mir. Ja, das klappt alles. Wie aktiviere ich diese Reihe? Ah, ist klar, das ist der Anfang. Damn. Okay, machen wir nochmal. Das heißt, das ist auch schon richtig da. Dann mache ich einfach mal da. Ich glaube, das haut ist okay. Bin ich ganz sicher, wie das da passiert, allerdings. Okay. Bin mir nicht ganz sicher mit den Doppel-Ascension-Steinen da. Die crashen doch nachher nur noch ineinander, wenn das doof läuft. Den packe ich lieber einfach mal weg. Obwohl, so fällt der um. Den soll ich hier hinpacken. Dahin. Und dann muss der Tamla davor. Hi do. Ich bin am puzzeln. Ja, immer noch. Autsch. Ich muss gebissen. Okay. Vielleicht. Ich glaube, das klappt. Ich habe die Tür blockiert. Das sehe ich doch jetzt schon. Und irgendwas hat auch nicht geklappt. Der liegt da irgendwie an der Kante. Okay. Hm. Ich könnte aber hier einen Delay-Stein hinpacken. Und den anderen Ascension-Stein daneben. Das müsste gehen. Hier hin. Das ist nur die Frage, ob ich den hier oben brauche. Aber da könnte ich auch einen normalen Spiegelblock nehmen wahrscheinlich. Also hier so einen roten Stein. Glaube ich. Jetzt habe ich nur wieder einen Stein über. Aber das sollte kein Problem sein, weil den kann ich mir dann anfangen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Einfach mal. Einfach mal gucken. Ah, die crashen da rein. Ah, ich muss den also doch schon von der Seite aktivieren. Mist. Okay, okay, okay. Also einer von denen doch hier hin. Das ist schon richtig. Der Tumbler geht, der Tumbler da ja auf jeden Fall hin. Deswegen aktiviert den dann ja auch. Das passt also auch. So, den Stein muss ich halt gleich zum Schluss nochmal wegnehmen. Auf jeden Fall. Ich bin auch sicher, warum der hier ist, ehrlich gesagt. Der bleibt aber einfach mal da. Das ist okay. So, hier wird gegengetampelt. Und die Reihe halt hier verbauen. Und das sollte es dann sein. So sollte mir dann ebenfalls nichts im Weg liegen. Ne, 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 ne. Schnell noch hier. Da, vor muss der Tumbler. Sonst passiert das hier nicht. So, nun aber. So, der liegt schon mal nicht in meiner Tür, in meinem Ausgang. Ja, sieht ja gut aus. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Ein Splitter. Das ist doch schon mal interessant. Irgendwie habe ich das, die Annahme, dass der Ascension Block schon mal dahin darf. Ich darf mit Ascension Block nicht runterspringen. Vergessen. So, das sieht aber schon mal ganz gut aus. Der geht da hoch, aktiviert das, das. Klappt nicht. Haben wir eine Brücke? Oder noch einen Splitter? Ding ist, der erste Splitter muss kein Splitter sein. Muss er einfach nicht. Das klappt auch ohne. Ich glaube, da habe ich noch einen Delay Block. Das heißt, ich kann den Splitter nehmen. Da oben packen. Obwohl eigentlich eine Brücke besser aussieht. Obwohl, ne, da kommt auch ein Ascension Block von da hoch. Das könnte sogar gehen. Ich muss mal hier hin. Was mir nur gerade scheint, ist, dass die Link, dass das Ziel viel zu früh aktiviert wird. Viel zu früh. Das könnte er hinhauen. Ich sollte aber noch den Delay-Knopf hier, äh, den Delay noch switchen, auf die andere Seite. Um ein bisschen sicherer zu sein. Boah, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe noch vier Minuten Zeit. Ich kann doch mal gucken. Da, es sollte hinhauen. Puh, sehr knapp. Aber cool. Das war First Strike, glaube ich. So was nimmt man mit. Ich komme relativ gut durch diese Stage durch, muss ich sagen. Wesentlich besser als durch die letzten Level vom ersten. So, da haben wir einen Exploder. Exploder generell, Rule of Thumb. Immer vor einem Splitter. Über eine meine ich natürlich. Sieht aus wie der Anfang. Sieht gewollt aus. Okay, was sind diese vier Steine hier? Was macht ihr? 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 Hä, was machen diese vier Steine hier? Klappt das nicht alles, was ich hier mache? Klappt das nicht einfach schon? Einfach mal zum Testen. Das klappt jetzt zwar zeitlich nicht mehr. Aber einfach mal zum Testen. Schmeiße ich die einfach alle mal mit um am Anfang. Wo ist das Ziel? Ich komme zum Ziel hin, oder? Ah, der crasht dann. Okay, das wusste ich nicht. Aber das klappt alles, oder? Was machen diese vier Steine da? What? Okay, dann muss ich gerade mal testen, was passiert, wenn ich einen Splitter am Anfang umschmeiße. Klappt der auch in beide Richtungen um? Und crasht irgendwie oder so? Kann ich nicht. Die stören doch einfach nur die Steine. Das ist weird. Ich will die eigentlich nur loswerden. Ah ne, was ich gerade sehe, ich muss ja irgendwie zum Ziel kommen. Ne, kann nicht. Ich komme einfach zum Ziel. Ich komme da hin. Das ist wieder eigenartig. Das ist eine Ameise. G-I-End auch. Irgendwie heißt sie wohl. Was voll der gute Wattwitz ist und so. Ich weiß nicht, was dieses Level soll. Wo ich ihn mit diesem Split-Blocker? Ich kann den nicht am Anfang schieben. Das ist ein großes Problem. Der splittet sich halt einfach immer. Wo ich mit dem hin? Ohne, dass er irgendwas crasht. Ich glaube nicht, dass das klappt. Ey, das klappt. Nein, das hat geklappt. Und es ist over time. Okay. Das Level ist so weird, das Level. Ich habe Möglichkeiten, aber ich brauche sie gar nicht. Egal, das ist easy, das Level. Easy peasy. Ich habe da eine Brücke und auch einen Splitter und ich brauche nichts davon. Ich brauche wirklich nichts davon. Okay. Also einfach hier hin und gut ist. Klopp. Muram. Ja, ich sage doch, die Welt geht recht fix. Was sehr cool ist. Letzte Level von dieser Welt. Und ich habe das Geld immer noch nicht gekriegt. Das heißt, das Geld ist wieder hier im letzten Level. was natürlich ziemlich mies ist. Aber egal. Nicht so wichtig. Warte, ich will gerade mal ausprobieren. Ist das da am Ende eine Wand vor dem Endstein oder klappt das hier am Ende? Das ist ja so gemacht, dass es klappen sollte, denke ich mal. Ich muss nur in der Zeit hier bestimmt auf der linken Seite irgendwas machen. und das ist irgendwas wie das hier. Ja, nee, das klappt. Okay. Dann machen wir das einfach mal so wie es eventuell geht. Aber ich muss hier bestimmt doch irgendwie mehr machen. Ich muss den da hinstellen zum Beispiel. Ja, das ist doch was. Na gut, das sieht auch nicht so schwer aus, das Level tatsächlich. Aber nimm doch, nimm den Block an diesem Explosionsblock. Ich muss mich da gerade mal ein bisschen renten. Der Explosionsblock hat diese extra Animation, dass er sich die Ohren zuhält. Was ja witzig ist und so. Aber das stört einen im Gameplay, weil man muss immer diese Animation abwarten, bevor man irgendwas mit diesem Stein machen kann. Das ist voll nervig. Gerade wenn man so ein bisschen im Zeitdruck ist, wie hier in dieser Stage. Ja, okay, ich sehe, was ich da machen muss. Schritt für Schritt. Stufe für Stufe so sozusagen in diesem Level. Wenn man direkt, wenn man direkt A drückt, dann kann man die Animation skippen, aber ja. So, das war das Level. Hurra. So, und jetzt sind wir in der letzten Welt. Vielleicht schaffen wir es doch noch heute. Wenn ich ein bisschen länger strebe noch mal. Geduld ist auf jeden Fall aktuell noch da. Konzentration ist noch da. Ich kann die Soundeffekte ausmachen, wenn du willst. Aber, nee, man kann die Soundeffekte ja nicht ausmachen. Genau, sonst hätte ich das ja gemacht. So, ich muss mir gerade nochmal ein Wasser holen. Auf jeden Fall. Das ist gerade nötig. Bin gleich wieder da. Ich gehe schon mal ins Level. Nicht, dass die Demo mein Passwort killt oder sowas. Oh, wir sind in zehn Minuten für dieses Level. Was zum Henker? Okay, bis gleich. Okay, bis gleich. so man drückt war doch einfach mal den knopf hier noch gucken was hier passiert beziehungsweise was hier nicht passiert unten ist der zielblock ich muss auf jeden fall den knopf drücken bevor ich da irgendwas mache das level basiert auf jeden fall darum jetzt hierzu balanciert naja zu hin und herz zu jonglieren den stein dafür kann ich mir das war schon zu langsam am anfang muss ich ein bisschen schnell sein glaube ich selber wie das level geschafft wird der muss erstmal weg dann sonst einmal ab ich könnte mir jetzt auch den stein von nach unten nehmen wie ich gerade naja gut hat das sind okay und die anderen steine kann ich einfach jetzt hier reinlegen und die verschwenden automatisch wieder jetzt den von da unten jetzt brauche ich noch den explosionsstein ich lasse mir gerade ein bisschen zeit weil man hat viel zu viel zeit für dieses level wenn ich den jetzt genau hier platziere dann ist das level geschafft wo ist mein ende wahrscheinlich da oben wo die bambusstäbe sind vielleicht hier ist die tür okay das ging noch ganz viel delay einfach mal drückte knöp hier irgendwas passiert wo ist der endstein ich sehe das problem ich glaube das reicht nicht müssen wir mehr steine klauen okay ich sehe aber wie das level gemacht werden soll hey keller 1 moinsen alles klar oh das hat mich gerade erschreckt warum war das so laut yo danke für den follow das ist geil ich habe mich gerade irgendwie voll erschreckt ich habe gerade nicht damit gerechnet vielen dank so ich will hier möglichst schnell einen rausklauen glaube ich damit die nicht alle umfallen das war wahrscheinlich schon das war wahrscheinlich zu früh ich muss das genau abteilen merke ich gerade ja das war zu früh jo alles klar locker sind cool kein problem ja ich muss einfach genau hier die steine wegnehmen die ich brauche und das ist die ganzen vier nein nein das macht keinen seien nein zu wenig die den stein und dann brauche ich die alle hier unten an so müsste das klappen muss nur schnell genug sein was knapp ist was wirklich knapp ist holy moly das haut mich hin und das war übrigens anders zu fehlen ja okay okay let's do this again halt schlau ist halt einen von oben mitzunehmen habe ich jetzt schon wieder verpeilt ja das war natürlich doof jetzt wie viele steine sind denn das jetzt vier steine sind das nur oder komm jetzt verhastel ich mich da ein bisschen gerade ich habe mich schon wieder verhastelt das kann doch nicht wahr sein oh man ey der struggle das ist wirklich kein schweres level naja okay komm okay vertraue ich mir selber und sage das sind nur vier steine das ist hier nämlich jetzt noch drei weg klingt schlau oder ich war aber an einer stelle immer wieder ein bisschen kurz langsam ich hoffe das passt noch da war ich wieder ein bisschen langsam oh da war ich hin okay das waren tatsächlich vier steine wer hätte es gedacht so das sind jetzt die letzten neun levels zehn levels verschwindikus steine haben wir das heißt automatisch dass die tumblr blöcke wahrscheinlich aufeinander crashen wenn ich das richtig sehe oder das will ich gerade erstmal checken oder die ja die die bauen sich hintereinander auf okay ich okay also eine sache bin ich mir jetzt nicht sicher müssen tumblr aufhören zu wollen ich glaube ja das heißt ich will die tumblr blöcke einsperren kann ich aber nicht oder ich kann die ja einfach hier aufhören dass die fallen nehme ich das ja 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 das haut hin glaube ich ich muss dann dass der letzte ah ja 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 okay ich sehe es glaube ich erstmal ein bisschen warten bis der erste bis die ersten beiden hiergegen kommen und dann muss ich den ein bisschen hier weglegen jetzt nehme ich den block und das war minimal zu langsam okay ja ich sollte die leiter runter gehen mit dem letzten stein das ist schlauer wesentlich schlauer dann kann ich den einfach hier platzieren und das klappt ich verstehe nicht warum man hier ein zeitlimit von 10 minuten hat das ist relativ na gut da haben sie vielleicht einfach mal gedacht oh letzte welt das ist jetzt mal nicht was ist da nicht gefallen moment was habe ich da übersehen das hat anscheinend nicht geklappt weil irgendein Stein noch nicht gefallen war okay machen wir das nochmal so ich habe das nicht gesehen was da nicht gefallen sein soll weird das habe ich jetzt genauso gemacht wie gerade eben da ist gerade irgendwie ein Glitch dass die nicht als gefallen zählen oder so kann das sein alles andere ist gefallen wenn man hier sieht das war nicht der letzte der gefallen ist wie zum Henker was war denn das letzte was gefallen ist hä okay ich bin ein bisschen ein bisschen verwirrt gerade weil ich das nicht einsehe irgendwie dann ist da halt nichts gefallen später ist alles gefallen da muss einer mal die Logik von dem Spiel verstehen hier geht es sogar kurz auf was 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 nochmal was okay ich meine wie soll ich denn das anders lösen dabei ist das so einleuchtend ich habe auch keinen anderen Block um das zu blockieren was ist das warum klappt das nicht ziehe ich irgendwie voll nicht ein muss ich ja sagen ich kann mir nur vorstellen weil die nicht alle aufeinander liegen oder so das dürfen die irgendwie nicht oder fragen mich halt warum kann man das anders lösen sehe ich halt irgendwie nicht so oben rechts mit dem angefangen was meinst du also oben ganz oben rechts kann ich nicht hin sind keine Leitern oder irgendwas bei so weh du bist ja gerade erst reingekommen wenn ich dir irgendwas erklären soll zu dem Spiel einfach einfach fragen ja ganz oben rechts kann ich halt nicht hin da kann ich nicht rüber und ich muss eigentlich hier anfangen rechts einfach also ich muss halt auf dieser Plattform anfangen das ist das Ding weil ich hier nie zurück kann deswegen ist einfach der Grund dass ich hier oben anfangen muss das macht schon Sinn ich könnte halt einen Block mit runter nehmen aber nicht beide und die müssen es müssen halt alle Blöcke umfallen und dann halt der rote als letztes und ich verstehe noch nicht dass irgendwie nicht alle Blöcke umgefallen sind das macht halt für mich keinen Sinn das scheint mir sowas von richtig weil ich behaupte das ist irgendwie ein Fehler oder was dass das irgendwas nicht als gefallen zählt das ist sehr eigenartig also was ich mir noch vorstellen könnte ist dass man den letzten den letzten Stein mit dem gelben Block aktivieren will warum auch immer ich kann den nach rechts fallen lassen ich kann den ja ich kann den nicht mal nach rechts fallen lassen dann crash der ja erstens crash der dann mit dem anderen zusammen der hier unten ist und ich kann den nicht mal von rechts schieben und hier kann ich keinen in der Mitte platzieren weil da eine Tür ist also ich könnte das so und dann könnte ich da nicht wirklich was machen selbst wenn ich den Push dann passiert dann nur das ansonsten verstehe ich wirklich nicht was du meinst was ist denn hier rechts ich kann hier oben das ist die Plattform auf der ich mich bewegen kann und wo ist jetzt hier rechts okay ich habe diese Plattform die hat ein rechts und links das ist Stein 1 das ist Stein 2 und ich kann die von jeweils links und rechts pushen der linke Dominant Stein nach rechts ja ich kann den nicht von rechts pushen weil er an der Kante steht okay ja gut das kannst du nicht wissen aber irgendwann haben wir uns jetzt verstanden okay und wie gesagt selbst wenn der das macht dann würde der lediglich was passieren würde ist der Tumbler hier der mit dem roten Strich drauf fällt so weit dass er auf den Rauffällt und dann passiert nichts weiter also mein Problem ist dass die ich weiß halt nicht mal was mein Problem ist weil es fallen halt alle Steine um meiner Meinung nach ich kann runterjammer aber nicht hoch und auch nicht ganz nur eine Etage aber es passiert ja eigentlich alles hier richtig alle Steine fallen ja das war jetzt doof und der letzte Stein fällt zum Schluss nur eine Etage ja ansonsten kriege ich Fallschaden und guck mal das komische ist jetzt geht die Tür nicht auf weil jetzt hatte ich einen Fehler gemacht da ist die Tür gecrasht äh ein Stein gecrasht das darf nicht passieren vorhin geht die Tür einmal ganz kurz auf deswegen macht das für mich sowas von Sinn das ist voll weird die Tür geht jetzt einmal ganz kurz auf und dann geht sie wieder zu weil ich glaube weil der Tumbler dann weiter runterrollt die Tür geht einmal kurz auf das ist voll weird so aber du hast es geschafft ah ne doch nicht da fällt noch was das ist nur weil er von der Kante fällt das ist garantiert nicht gewollt aber das heißt trotzdem dass diese Stage einer gelöst hat wahrscheinlich irgendwie und dann gibt es bestimmt noch eine andere Lösung auch wenn ich äh nicht denke dass es geht das Problem ist ich also das ist auf jeden Fall klar was eindeutig ist ich muss hier anfangen hier sind zwei Blöcke und ich kann die beide nicht runternehmen das heißt hier ist auf jeden Fall der Anfang hier muss auf dieser Plattform ein Standfinder anfangen und der einzige Anfang den ich mir vorstellen kann ist den Stein von links zu pushen und dann habe ich ein Zeitlimit und kann was anderes in der Zeit machen ich habe noch eine Idee tatsächlich ich habe noch eine Idee es gibt zwar keine andere Möglichkeit die Tumbler aus zu löschen aber den linken nach links wenn ich nur den linken Bursche bringt das ja nichts dann habe ich ja diesen einen Stein hier noch der bringt mir ja nichts den will ich ja eigentlich auch loswerden also ich kann die einzige Methode sonst Tumbler ähm wegzukriegen ist dass ich sie von der Stage fallen lasse und das könnte ich eventuell machen da muss ich nur gucken wie ich die irgendwie loswerde das kriege ich rechtzeitig nicht hin ich könnte einen vielleicht so stoppen den kann ich halt nicht ja das haut halt muss ich ganz hin und dann will ich den gelben Stein ganz am Schluss nehmen das Beste wäre wenn ich die irgendwie eingespäht kriegen würde was ich eventuell kriege naja so nicht also der letzte wird halt trotzdem aktiviert bevor ich da den Stein runterkriege den roten den anderen roten kann ich nicht runterkriegen das ist das Problem weil hier der gelbe ist das heißt den kriege ich nicht aufgehalten wenn ich die zweite Sprote wand irgendwie runterkriegen würde wäre das eine andere Nummer ich kann halt alle bis auf den letzten da ich kann das so machen ja toll das war irgendwie doof ja so ich kann die beiden hier einsperren aber dann habe ich den einen da noch das Problem ist die crashen dann das merke ich gerade das ist natürlich auch schlecht also weiß ich nicht ob das wirklich so gewollt ist ich kriege den halt nicht runter weil hier in der fällt auch denen und den letzten Stein kann ich halt nicht wegnehmen das klappt ich finde das halt sehr komisch wie die Tür dann wieder zugeht das habe ich sonst noch nirgendwo gehabt das war voll die gute Lösung auch und dann kam Ich bin gar nicht, wenn ich das hier... Ich finde gut, wie das hier crasht ist. Huh. Ja, es klappt jetzt mal nicht. Mist. Ich wollte es halt nochmal probieren, einfach, weil ich sehe nicht, wie das nicht klappt. Warum das nicht klappen sollte. Ich höre... Aber das... Vielleicht kann ich halt in die Tür reingehen, irgendwie, oder so. Wenn ich das genau timere, oder so. Ich glaube halt nicht. Ist ja schade, es... Träger-Dominion-Bord-Nostel. Warum? Das macht keinen Sinn. Natürlich, weil es der letzte Gefallen ist. Der eine fällt halt nur nochmal weiter. Das triggert mich. Der Träger-Block. Ich versuche mal den einzelnen roten... Welche einzelne rote? Es gibt drei. Egal. Einzelne roten unter der letzten Plattform. Einzelnen roten unter der letzten Plattform zu legen. Um den normalen gelben rechts daneben. Das Problem an den roten Blöcken ist, ich komme an keinen von denen ran. Also ich kann an keinen von denen nach ganz unten bringen. Hallo. Ja. Aber ich struggle an dem Level. Ist schwer. Also ich kann halt keinen von den roten Blöcken nach unten bringen. Das ist das Ding. Weil wenn ich den nach unten bringen will, was halt cool wäre... Ich will noch keinen Lösungsvideo. Ich habe bisher noch nie eins gebraucht. Das schaffe ich so. Weil den kann ich nicht runter bringen, weil dann falle ich nur auf den rauf. Das ist der einzige Weg nach unten. Das heißt, an den einzigen roten, den ich rankomme, ist der da ganz hinten. Aber der ist zu weit weg. Dann sind die alle schon am Rollen. Hm. Hey, der muss aufs Letzter fallen. Die Tumbler tumblen alle noch. Da drehen sich alle Himmel noch her. Der, der muss aufs Letzter fallen. Da bin ich in drei Streifen. Das ist echt fies und ja. Okay. Ja. Und ich habe halt eine Lösung, die ich... Die sinnhaft ist, aber ist... Ist ganz komisch halt. Das klappt nicht ganz. Das ist echt fies. Kannst mir gerne Tipps geben dann. Einfach mal... Einen Block sagen, wo er hin muss oder sowas. Ja, aber also nach und nach vielleicht. Das ist nicht ganz so lame dann. Einfach mal einen Block sagen, wo er hin muss oder sowas. Den ersten Schritt zum Beispiel vielleicht oder sowas. Das wäre ja ganz cool. Kann man auch nicht schnell genug an den da ran. Kann man auch nicht schnell genug an den da ran. Kann man ja machen, dass der schneller tumblt. Ich weiß aber nicht, was das mir bringen soll. Kann man ja machen, dass der schneller tumblt. Kann man auch nicht. drin. Und legst den unter die Plattform. Okay, welchen Streifen mit den einzelnen Steinen? Also diese Blöcke, die mit den roten Strich, das sind Tumblr-Blöcke. Und der ganz unten rechts mit dem einen Streifen das Ascension-Block. Okay, ich... Tun wir mal so, ich hab das gekippt. Ich mach das aber erstmal ohne. Den letzten Stein mit dem einzelnen Streifen. Das ist dann... Tumblr-Blöcke. Den... Den halte ich auf. Ja, okay, das sehe ich. Okay, weiter. Das könnte mir schon genug reichen. Ja, das verstehe ich noch nicht, glaube ich. Aber das sehe ich ein, wie das... Ja. Das heißt, den halte ich einmal so kurz hoch. Und dann lege ich ihn wieder hin. Könnte sein. Ah, okay. 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 Also ich will sehen, das ist doch nicht der richtige Blöcke, oder was? Also doch, der Ascension-Block. Nein. Jetzt gehen wir schon hin. Hier hin, oder was? Das war halt so... Also ich nehme schon den richtigen. Ja, Ascension. Warte, hier steht es. Unten rechts, da ist Ascension. Aber sehr egal. Den lasse ich in Ruhe. Also doch den letzten Tumbler. Okay, okay. Ja genau, das fand ich auch ein guter Ansatz. Muss ich sagen. Dass ich den einfach quasi verlangsame. Aber ist die Frage, wo ich den hin will. Ja, ich springe direkt runter. Habe ich jetzt diesmal gemacht. Und den will ich einfach nur kurz hochheben. Und dann wieder... Nee. Wo kommt der dann hin? Ganz nach unten. Ich komme aber mit dem... Hä, wie komme ich mit dem ganz nach unten? Das überlebe ich doch nicht. Ja. Ja, aber wenn ich rechts runter springe, lande ich auf dem... Auf dem... Rechts runter springe, lande ich auf dem gelben Block. Das geht halt auch nicht. Oh, ich sehe es. Ja, warte mal. Okay, kann sein, dass ich auf die Idee gekommen bin. Falls das hinhaut. Nein, das kommen wir da nicht so schnell hin. Wie soll ich den aufhalten? Wie soll ich denn den aufhalten? So, komm. Das ist das schnellste Methode, wie ich hier runterkomme, soweit ich das sehe. Hä? Man kann fallende Blöcke nehmen? Hä? Das wäre mir neu. Man kann keine fallende Blöcke nehmen. Also, wie ich den nehmen kann, ist halt, dass ich den mitnehme. So. Aber was wäre mir das? Ich kann dann auch hier dafür sorgen, dass der noch erst später fällt. Hä? Okay, checken wir das Video. Ich will mir den Anfang angucken, hä? Ja, man kann Steine nehmen, die fallen. Man kann Steine nehmen, die fallen? Was zum Henker? Das wurde nie erklärt. Okay, ich hab's. Aber warum geht das? Seit wann? Das wurde nie erklärt. Was für ein Bullshit. Ich hab's noch nie gebraucht. Habe ich das gerade gemacht, ey? Habe ich das gemacht? Wie dämlich ist das denn? Wann kann man das? Das hat überhaupt keinen Sinn. Oh, Mann, ey. Gut, dass du da bist, Skyline. Aber was zum Henker, ey? Wie doof ist das denn? Das wurde wirklich nie erklärt. Ups. Ja, wie dämlich ist das denn, ey? Ich denke aber trotzdem, dass ich den roten hier... Ja, den Rest kriege ich hin, ey. Das ist einfach eine Mechanik, die ich nicht wusste. Wie dämlich ist das denn? Und ich hab da eine Lösung für diesen Raum. Also so ist es ja nicht, ey. Ich glaube aber, das ist schon falsch. Ich glaube, ich nüsse den roten da irgendwo. Ich kann den nicht immer nehmen. Das klappt nicht immer. Das klappt nicht immer einfach. Das ist dämlich. Das ist voll die Kack-Mechanik. Fällt mir überhaupt nicht, ey. Er nimmt den nicht, Mann. Was ist das für ein Bullshit auf einmal, ey? Einfach. Ohne so, ey. Okay, man kann, glaube ich, gedrückt halten. Ich glaube, man kann A gedrückt halten. Ja, dann nimmt er den. Na gut, okay. Oh Mann, das ist ultra nervig, ey. Ey, das ist echt die erste Mechanik, die ich wirklich überhaupt nicht abkann in dem Spiel, ey. Das Spiel war so toll bisher, aber das sind wir auf einmal relativ sinnfrei auf einmal, ey. So, aber jetzt... Jetzt kann ich das einfach hier so machen, oder? Bin nicht sicher, ob das funktioniert. Ich glaube tatsächlich nein. Ich glaube, die crashen. Nicht sicher. Okay, es haut hin. Ach man, ich hatte eine Lösung dafür und da musste auf einmal so eine blöde Mechanik kommen, ey. Wie dämlich. Ja gut, haben wir so eine Mechanik jetzt anscheinend. Ganz viel Delay-Blöcke. Okay, fangen wir an. Du kriegst ein dickes Dankeschön auf jeden Fall, dass du einfach mal reingeguckt hast in das Video. Ansonsten hätte ich selber reingucken müssen irgendwann, aber... Dafür hatte ich gerade einfach noch zu viel Stolz, um das selber zu machen. Das hätte eine Weile gedauert. Okay, der kommt da hin. So viel Sinn macht das schon mal. Okay, und der Tumbler geht durch die ganzen Essential-Löcke durch. Das macht auch schon mal Sinn. Das ist natürlich das Problem, dass ich alle umfallen lassen muss. Weil ich krieg hier nicht alle rein. Wie lasse ich die anderen Blöcke umfallen? Was zeigt denn, wenn ich da kurz... Ich kann halt so machen. Und die verschwinden dann alle. Und dann kann ich bestimmt noch so zwei Blöcke hier reinbringen, aber mehr auch nicht. Jo, alles klar. Dann ist mal was. Ah, da geht er noch zwei mal hin. Ja, ich sehe das gerade. Das könnte dann sogar irgendwie hinfahren, dass ich die alle da rein kriege. Ich sollte die alle schon mal ein bisschen näher bringen. Ich bin niemals kein, ich bin nicht der Letten, aber ich habe das auch nicht überlegen. Also mache ich das 한 번. Ich aufgezeu das auch nicht. Ich bin nicht der Folgen. ich habe das auch nicht überlegen. Ich finde, es gibt 이거 ja gar can. Und ich muss mich gerne auf das Auto. Und ich mache es mal. Ich habe das Auto. Also werde ich dann kein Online-Dollar, Also habe ich espede. Und ich kann die邊 auch noch nicht mehr. Ich kann das Auto. Oder auch nicht. Ich hatte das Auto. Ich bin nicht mehr sovr invece. Ich bin ein bisschen mehr Häu. Ich glaube, das hört hin. Ja, natürlich hat mich da gerade gequetscht. Wie dämlich war das denn? Schade. 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 Okay, das haut doch hin. Hurra, wenigstens nur ne Stage Team ist ne einfacher. Ja, das war. Das scheint mir schon mal sinnhaft. Dann muss ich mit diesen Stöcken was Richtiges machen. Besser Pfeilschrauben. Hallo Kling. Langsam rennt die Musik. Ich finde es immer noch nicht so schlimm. Bin ich eigenartig oder was? Ich meine die Musik ist ja alles wieder anders in dieser Welt. Das haut halt nicht ganz hin. Aber was soll ich denn noch? Ich kann ja am Anfang wirklich nichts anderes machen. So sehe ich. Ich kann das jetzt noch ein bisschen minimal mehr Zeit verschaffen indem ich den von hier schiebe. Jetzt sehe ich noch nicht so was ich da machen muss. Ich finde es schlau den Tumblr auf jeden Fall schon mal dahin zu packen. Weil da macht der auf jeden Fall auch was. Und die anderen beiden ist ja das Problem. Der kann halt noch den hier umschmeißen. Aber ja. Irgendwie das Ende aktivieren muss ich halt auch noch. Das kann ich eigentlich nur mit dem Ascensionblock. Deswegen ich fast meine dass der gelbe Block einfach hier als Filler hin muss. Das ist halt aber nicht die Löse. Also. Hm. Am Anfang finde ich nichts in anderen Sinne irgendwas anderes zu machen. Also. Ja. claims für den Internet wie einen Reis. Wie ist das? Dann kriege ich ein bisschen Pull 너 – Wong um? Und ja mal wieder. hiding zu sstemp craving. voices. Wie ist das warig. Also hier ist alles zu мне Konsatschlingon. Weiß ich nicht, was ich hier machen soll. Krieg ich da nicht da hoch? Einfach mal testweise mal gucken, was ich... Ich könnte den halt auch hier runterpushen und den mitnehmen. Aber ich weiß nicht, was mir das bringen sollte. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will die ganze Seite da nochmal anschauen, was aber passiert links. Ich ziehe deine Seite, bis ich... Hat mir glaube ich nichts gebracht. Aber das scheint schon alles so richtig zu sein. Frage ist nur, was mache ich mit den drei Blöcken und wie wird der letzte aktiviert? Der Endblock kann eigentlich, wie ich das sehe, nur aktiviert werden. Wenn der hier wegkommt. Hier hin oder so. Aber der Weg ist halt so ewig weit. Und dann kommt der hier irgendwie hin. So wird halt der Endblock aktiviert. Ja, das ist interessant. Hier starten ist halt keine Option, aber hier könnte halt was runterfahren. Hier könnte halt irgendwie auch noch was runterfallen. Das ist aber quasi der, der Ascension Block hier ein weiter nach, nach links. Und das ist halt auch, du hast einfach keine Zeit hier. Das ist das Problem in dieser Stage. Okay, haben wir die Zeit. Weil ich kann die beiden Blöcke hier nicht runternehmen. Und hier oben kann ich halt garantiert nichts aktivieren. Große Probleme. Deswegen mir das halt schon irgendwie als relativ sinnvoll sehe. Was soll ich größer in der Zeit hier machen, ne? Ich kann den noch irgendwo hinplazieren, dann war es das. Kann ich nicht machen in der Zeit. Ich komme gerade wieder hier auch ab, nicht drauf, ey. Ich komme gerade wieder hin. Oh, das ist das... Alter, ich komme ja voll nicht drauf. Das bringt halt auch nichts. Ich könnte halt den roten Stein, das kriege ich nicht mal rechtzeitig hin. Dass ich da den Ascension Block festhalte. Geht halt auch nicht. Ich habe da wirklich wenig Möglichkeiten, aber ich komme nicht auf die richtige. Ich hänge auch ziemlich fest, dass ich hier sein will, aber warum denn auch nicht? Was will ich auf der anderen Seite machen, ne? Dann kann ich erstmal nur so langsam wie die Glöcke runter und dann stehe ich da halt. Das hier was hinpackt, ist eigentlich sowas von offensichtlich. Damn. Und warum sollte ich hier was anderes hinpacken, außer den Tumblr? Fällt auch. Außer vielleicht den, damit der wegkommt. Ah, Mann. Das macht alles gar keinen Sinn, habe ich das Gefühl. Ich habe keinen Peil. Absolut nicht. Hänge ich auf irgendeiner Felsenmethode dort fest? Könnte das sein? Aber ich weiß es nicht. Explosionsglock mal woanders hin. Das habe ich noch nie probiert. Aber wohin? Der fällt doch... Ansonsten fällt das ja... Das kann man auch hier runter schubsen. Wenn ich den rechtzeitig wegnehme, ist der hier gefangen. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht, oder? Deine Nachbarn rasten aus. Oh ja, was ist denn da passiert? Hey, das sieht auf irgendwie relativ... Oh, was ist denn da oben? Der Elbe steht da oben nicht. Oh, ansonsten hätte ich es jetzt. Ich kriege das... Ich kriege nur den einen Stein nicht. Oh boy. Okay, aber unter die Steine sind nicht gefallen. Das ist jetzt auch noch der andere Nebeneffekt. Ansonsten... Ist halt relativ nah dran, aber ist noch bei weitem. Ist halt bei weitem irgendwie. Das könnte aber ein guter Ansatz sein hier irgendwie. Ich kann mir den Explosivenblock hier auch noch mitnehmen. In dem Fall. Falls ich das will. Das können mir halt auf jeden Fall noch mal Möglichkeiten geben. Ab 19. Das ist nur das Schluss. Alles klar. Gut zu wissen. So, und nun? Das Ding ist, an den einen komme ich aber nicht ran. Deswegen kann das gar nicht gehen, so, oder? Ich komme aber auch trotzdem erstaunlich nah ran. Ich bin halt einfach... Das muss man wirklich sagen, ja. Erstmal wieder weg hier. Aber da kriege ich keinen dazwischen. Problem aber ich glaube den Einstein jetzt komme ich nicht ran ich dachte ich kriege hier ein Ascension Block hoch aber der fällt dann da und dann fällt der raus und das war's dann ah dieses Stage dann ist doch dann kann doch nur richtig dann kann doch das wieder nur richtig sein der Anfang der Anfang sieht doch einfach zu gewollt aus das hier aber dann ab dann hänge ich schon ey ah das kann doch nicht wahr sein nee du musst du musst das einzige was besonders ist dass der also es müssen alle Steine umfallen und der Stein mit den drei Streifen der gerade unter mir ist der muss als letztes fallen und es dürfen halt keine Steine crashen es dürfen keine steile Männer rollen sein zum Schluss aber merklich nicht und die Steine haben halt unterschiedliche Eigenschaften das ist ja schon gesehen eigentlich und ich darf nur einmal pushen ich darf nur einmal die Steine anschieben hey super Dominosteine und ich struggle gerade richtig hart einfach ey da muss keine Reihenfolge einhalten du hast nur ein Stein der halt zum Schluss an da sein muss das ist alles das ist der einzige Stein und den kannst du auch nicht bewegen weil ansonsten hättest du ja gar kein Ziel also ich bin der Meinung ich habe schon viele Puzzle gelöst ohne dass ich die Intended-Solution hatte aber ich komme gerade hier nicht auf irgendwas also ich finde es sehr offensichtlich dass das der Anfang sein muss und dann kann man irgendwie was hier platzieren wie den Tumblr-Stein zum Beispiel noch hier nach oben in der Zeit äh was mit dem Gelben ist keine Ahnung und den vielleicht noch irgendwo nach hier oder sowas aber und dann hänge ich halt halt hart und da passiert halt ganz schön viel und so aber und dann hänge ich halt hier keine Ahnung passiert halt nicht viel ja 91 war einfach weird ganz ehrlich 91 war das hatte ich auch noch nie vorher dass halt alle Steine umgefallen sind dann aber die Tür einfach nur so komisch einmal auf und wieder zugegangen ist das war halt einfach weird also das habe ich auch nicht ganz gerafft das war wirklich die weirdeste was das jetzt anbetrifft und der andere Anfangsmöglichkeit ist halt dass ich hier den runter schubse und dann meinetwegen sogar den Explosionsstein irgendwie mitnehme und dann habe ich auch Möglichkeiten ohne Ende und eventuell kann ich den Stein hier wegnehmen dann tammelt der unendlich aber dann sehe ich nicht wie ich den obersten Stein hier erwische dann kriege ich auf keinen Fall die Tür da muss ich einfach hin wenn es wenn es alles geschafft habe dann kann ich durch die Tür dann habe ich geschafft ey kannst du mir einen Tipp geben du hast das Video glaube ich noch offen ich will nicht selber nachgucken wenn du mir noch einen Tipp geben kannst wie ich hier anfangen muss wäre das göttlich ich hänge ich komme hier nicht weiter einfach nur den Anfang oder sowas sagen ich hänge halt wirklich ich bin jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde an dieser Stage na vielleicht nicht ganz 20 Minuten ja man hat für die ganze für die letzte Welt großartig äh habe ich jetzt einen 10 Minuten Zeit-Timer was aber gar nichts heißt die wollten wahrscheinlich einfach nicht dass man hier noch ein Zeitlimit hat in der letzten Welt oder so ersten Tumblr nach links ok ja sowas habe ich schon gemacht und den dann auch nach links schieben alles klar das mache ich schon das habe ich als wahrscheinlichen Anfang eingestuft bisher was ok nein nein ok nach links Moment ok sorry my bad nach links ok ja und dann und los ja ok und dann ist glaube ich nur eine andere Version von dem Anfang den ich gemacht habe da geht dann halt hier schnell übers Loch das geht halt auch ich habe es aber von der anderen Seite gemacht und dann dann mache ich bestimmt irgendwas von diesen drei Blöcken saura so ja nicht da 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 Okay, so weit, so gut. Soweit habe ich das auch schon gemacht. Ja, den packe ich dann hier hin. Und dann? Ja, ne, Push, das hat man immer nur ein. Man hat manche Levels, wo man halt rumspielen muss damit, wie man Push oder anderweitig Glöcke aktiviert. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hattest. Dass man mal Splitter aktivieren kann zum Beispiel, ohne dass man einen Push benutzt. So, also den Tamla lege ich dann hier. Über die Treppe legen, das war halt hier. Soweit hatte ich das auch alles schon gemacht. Und als wahrscheinlich eingestuft. Ich kann das auch einfach von hier machen. Ist sehr geil. So, und danach? Am Stun hatte ich das schon soweit alles. Und jetzt hänge ich. Was kann ich denn hier anders machen? Dann die große Gleiter runter und die roten... Den roten... Hinter die Treppe. Was? Das kann man... Hier? Also okay, weil ich mach's jetzt grad mal ohne, dass der Stein fällt. Also die beiden so austauschen. Die Leih rechts... Und der? Den will ich wahrscheinlich dann hochheben. Damit der durchrollt. Und damit erschaffe ich mir einen Loop mit denen. Ja. Okay. Wenn das alles so klappt, kann ich den loopen lassen. Mist. Könnte zu langsam sein schon. Ja, war ein bisschen zu langsam. Ich lass den da mal loopen. Mal gucken, ob ich dann was sehe. Ich seh das so. Und jetzt kann ich den loopen lassen. Indem ich den einfach jetzt in der Hand halte. Jetzt aber hier droppe. Dann lass ich den loopen. Ja. Ich glaub, ich will den ersten Tumbler sogar zerstören. Und dann hab ich immer noch zwei... Ja, okay. Vielleicht seh ich's. Vielleicht seh ich's. Ich mein, es ist die letzte Welt. Ich hatte beide... Ich hatte die Strategie mit der anderen... Mit dem anderen Weg schon mal gemacht. So ungefähr. Aber hier ist es halt verdammt zeitlich... Zeitlich ein bisschen knapp. Ich hab das Gefühl, den ersten Tumbler lasse ich einfach mal. Der kann sich... Selber mal zerstören. Weil das ist mir zu viel. Und dann packe ich die dazwischen. Dann hab ich zwei Tumbler hier. Die loopen. So. Jetzt den einen Tumbler kann ich... Ja, das klappt. Das klappt. Ich glaub, das klappt. Den einen Tumbler kann ich jetzt einfach mal benutzen, um den gelben hier kaputt zu machen. Ich glaub, ich hab das. Ja, ja, ja. Ich hab das. Okay, danke für den Tipp. Den ersten Tumbler loopen zu lassen, das hab ich nicht geschafft. Da bin ich nicht drauf gekommen. Allerdings... Der Tumbler tumbled. Ich glaub, das ist falsch. Weil ich... Nee. Ich mein, ich kann's probieren. Nee. Ja, das war dieser eine Schritt, auf der mich auf jeden Fall geholfen hat. Ich muss es nur noch schaffen, dass beide Tumbler aufhören zu tumblen. Ich weiß auch, wie ich das mache, glaub ich. Das ist jetzt zeitlich zu knapp. Ich kann zwei Tumbler runterlaufen lassen. Und dann eine Ascension-normaler-Stein-Kombo machen oder so. Mit der gleichzeitig aufhört zu... zu rollen. Ja, ja, ich will zwei runter da raus rollen lassen. Den ersten hab ich ja grad schon gemacht. Der andere kann auch einfach hier runter rollen. Das ist mir eigentlich wirklich egal. Ich brauch nur einen. Den nehm ich jetzt einfach... Ich hab jetzt Zeit, hab ich ja. Das ist jetzt egal. Das muss jetzt nicht schnell gehen. Ich muss mir wirklich Zeit lassen jetzt. Oder packe ich den mal da... Naja, das... Den packe ich mal hier hin. Sowohl, hat das hin? Äh, ja, eigentlich auch. Das ist egal. Ich kann auch den Gelben dahinter packen. Jetzt anders vor, aber das geht auch. Das ist jetzt das Ende. Jo, das war's. Hurra. Eieiei, okay. Raum. Uff, das war auf jeden Fall das schwerste Level, was ich jetzt... Was ich jetzt bisher hatte. Okay. Da hier ist der Endstein. Splitsteine. Mehrere Splitsteine. Nee, das ist ein Explosionsstein. Der ist interessant. Ich brauch auf jeden Fall noch eine Brücke hier rüber. Oder ich muss was ganz komisches machen, um am Ende bei der Tür zu landen, was eventuell so übergeht. Okay, the fuck. Hey, meinst du? Also am Anfang vielleicht, aber hier bei den letzten Weltstruggles, ich hab ganz schön hart. Okay, was ist denn der? Ist hier sehr sinnlos, der Explosionsstein. Wo muss der hin? Es gibt nichts Offensichtliches. Muss ich leider zugeben. Da hier ist noch eine Brücke. Die ist auch sehr interessant. Was verwirrend ist, es gibt Brücken, aber es gibt keine Tumbler. Ehh. Ja, gut, die Levels will ich jetzt gar nicht sehen. Aber okay. Ähm. Was ist so ein Henker? Was ist dieses Level? Okay, der Stein macht Sachen. Aber wie zum Henker soll mir die Brücken da helfen? ist das, was ist das, was war ich. Drei, ein bisschen. Drei, ein bisschen. Und da, um an. Woh! Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ja. Die Idee wäre ja. Ähm. Hier eine... Ne, keine Brücke. Was meine der Brücke? Ich dachte, ich habe noch einen Ascension Block. Ich habe hier noch einen Ascension Block. Den halt hier zu platzieren. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich könnte den halt rechtzeitig, glaube ich, da hochpushen. Aber was bringt das? Hä? Hä? Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen, ey. Holy moly. Ich kann mir vorstellen, dass die Brücke vor dem richtigen Block tatsächlich sogar fällt. Aber das kann ich so jetzt schlecht sagen. Ich weiß nicht, was der Explosionsblock soll immer noch. Ja. Holy Moly, diese Welt, ey. Die Brücke hinter dem Block finde ich einfach schon mal eine coole Idee irgendwie. Das könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich klappt. Aber ich weiß auch nicht, was mir das helfen soll großartig. Ich habe keine Ahnung, wie ich die ganzen Dinge aktiviere. Hier geht halt nichts durch. Durch die Brücken, die ganzen werden nicht aktiviert. Wie könnte man das ändern? Ja, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber was könnte ich mit denen machen? Ich habe schon gedacht, dass ich den von hier unten hochpusche, aber dann geht der halt einfach... Der aktiviert ja immer die rechten Steine. Also hier muss ja irgendwas, was die linken Steine aktiviert. Und auf die anderen Plattformen kann ich nicht... Ja, ich bin noch dabei, Anni. Also diese Steine meinst du, das ist klar. Aber was mache ich damit? Man kann mit denen Sachen machen, dass die an der Decke bleiben. Das bringt mir auch nichts, oder? Oder? Hey, das ist auch so ein Ding, das muss ich noch nie benutzen und wurde nie erklärt. Oh, liebe diese Welt, ey. Übrigens, man kann diese Tumblr-Steine, die kann man aufhalten. Da wäre ich nie drauf gekommen. Das hat mir Caroline's dann beigebracht. Sie sagt, ja, der in dem Video, der hält den einfach auf. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht so eine Methode, wie ich mir irgendwas cheesen könnte. Deswegen habe ich mir das gemerkt. Aber ja, brauche ich hier. Aber das ist noch nicht alles. Ich finde auch die Idee mit der Brücke gut. Das ist auch sowas, was ich noch nie machen musste. Aber Theos, die Brücke fällt theoretisch schneller als der letzte Block. Kann ich mir halt vorstellen. Aber eigentlich kann mir das egal sein, oder? Ich kann ja einfach so ans Ziel. Kann ich? Ich kann auch ohne Brücke ans Ziel, deswegen kann mir das mal egal sein. Naja, gut, ich habe nicht so viel gemacht. Ich hoffe, das klappt jetzt irgendwie. Oder crasht da irgendwas? Oh, was? Habe ich da was vergessen? Hä? Habe ich das... Hey, beim... Die Bombe hat den zerstört. Okay, dann probiere ich es einfach... Bevor ich das jetzt alles wieder mache. Ich probiere das gerade nochmal hier aus. What? Ja, okay, dann mache ich das halt später. Meine Güte. Die anderen kann ich alle vorher machen, nur den letzten nicht. Alles klar. Du hast mir auf jeden Fall aufs Appetit gehofft bei dem einen Level, weil die Mechanik hätte ich nicht rausgefunden. Ganz einfach. Da hätte ich irgendwann nachgeguckt. Sehr wahrscheinlich. Was hast du jetzt eigentlich bis gerade gemacht, Mick? Was kommt denn gleich noch? Weil da gucke ich ja bestimmt auch noch einmal rein. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel heute beende. Mal schauen, wie die nächsten Level so klappen. Ich bin ja schon ziemlich nah am Ende. Das ist ja eigentlich richtig cool. Oh, das war knapp, ey. Das ist auch so weit, kommt gleich nice. Halleluja, dieses Level, ey. Femblevel noch. Eigentlich schon so nah dran, dass ich es heute schaffen will. Ansonsten wird es ein Kursersdreh um nächstes Mal. Okay, what happens? Alles schlecht. Okay, die Dinger hier oben sehen aus, als sollte ich es einfach irgendwo benutzen. Und die Splitter sind doch schon mal eindeutig. Stimmt, ja, so viel ist gar nicht offen. Aber ein paar Sachen hast du recht. Also die Splitter einfach mal einfügen, wo sie hin müssen. Das scheint mir gar nicht so ein schweres Level zu sein, glaube ich. Ich muss gerade mal gucken, wie... Hier kommt eine Brücke hin. Ich bin mir noch nicht sicher, wie die Blöcke da oben links aktiviert werden. Ich glaube, die mussten da auch noch alle weg. Oh boy. Ja, könnte man halt auch machen. Mal schauen. Obwohl die Brücke... Ah, ich habe noch so viele Brücken, das ist okay. Aber einfach nur in die Lücken setzen, irgendwie das Gefühl. Ganz gut, dass man hier quasi kein Zeitlimit hat. Das ist ganz okay. So, ich muss aber noch irgendwie die letzten drei Blöcke da unterbringen. Ich weiß noch nicht, wofür ich die letzte Brücke brauche, ehrlich gesagt. Ich habe die eine Brücke über. Das gefällt mir nicht so. Mich fast verbaut irgendwie hier. Einen Block kann ich halt nehmen, um runter zu... Ich kann die einfach pushen. Aber da muss einer noch weg. Und um den wegzukriegen, muss ich hier ein bisschen Platz machen. Ja, meine Güte. Ich hätte mit einer runterspringen können und dann die anderen beiden pushen. Das wäre eine Idee gewesen. So, jetzt kann ich hier runterspringen. Naja, ich habe kein Zeitlimit. Jetzt müsste eigentlich alles klappen. Jetzt müsste eigentlich alles klappen. Oh, ich sehe, wo ich die Brücke brauche. Das klappt also mit der Brücke hinter dem Ding packen, okay. Ich habe gerade erst mal geguckt, wo ist denn die Tür? Damn. Alles klar, bis später. Das klappt also mit der Brücke, wo ist denn die 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 Brücke? Ich überlege gerade, wie ich da rüberkomme. Zum Ziel. Ach, ich kann aber hinklettern. Das war jetzt erstaunlich doof, weil jetzt komme ich da nicht mehr hin. Ich komme da irgendwie hin, aber es ist gerade ein bisschen dämlich. Ich gehe gerade hin, ich komme da hin. Dann mache ich das Level sogar irgendwie ohne Push vorbei, warum auch nicht. Jetzt aber. Ist halt wirklich kein schweres Level, aber man muss halt viele Steine einfach platzieren. Und der Brücken ist halt, ist es ein Brückentroll, ein reiner Brückentroll. Ja, das klappt halt tatsächlich. Aber ich finde Mixed-Idee ganz gut, weil da sind jetzt noch 5 Levels und damit ich jetzt nicht Ewigkeiten am strugglen bin hier. Weil eine Stunde will ich auch nicht mehr streamen. Dann hören wir hier auf, würde ich sagen. Und machen wir am nächsten Mal dann eine kurze Runde mit dem Spiel. Das sind ja nur noch 5 Levels. Und dann machen wir ein bisschen Zeichen-Stream mal wieder. Muss ich ja echt mal wieder machen. Dann würde ich sagen, hören wir hier auf. Da an der Stelle. War ja auch lang genug. Aber ich, ja, 4 Stunden habe ich ja an dem Spiel gesessen. Oh boy. So. Und Mixed streamt dann auch ein bisschen Breath of the Wild weiter. Können wir da rüber gehen. 0 ist schon mal richtig. 8. 7. 0. 3. Und damit geht es weiter. Die Boys sind da. Da sind alle coolen Leute, die schon mal ein Alphabetikon gemacht haben. Und sehr dran. Ja. So, was machen wir hier also. Da oben habe ich ein Repertoire an Blöcken. Was ist das? Das ist ein Exploder. Interessanterweise habe ich hier wieder ein relatives Side Limit. Was passiert denn, wenn ich die hier anschubse? Kann ich natürlich schlecht machen. Ähm. Einfach mal. Ich will mal kurz gucken, was da passiert. Nicht viel. Aber die schubsen sich einfach an, oder? Aha. Äh. Kann sein, dass das Level einfach ist. Obwohl. Obwohl. Was mache ich mit den Explodern? Bin mir noch nicht ganz sicher. Weil was passiert denn hier? Guck mal. Der geht doch einfach... Jawohl. Der fällt hier runter. Also das Ding ist, sobald ein Tumbler von hier... Das kann ich gerade mal checken. Sobald von... Hier oben... Ich nehme den... Ich packe den jetzt einfach mal hier unten hin. Obwohl, nein. Ich kann den hier nicht schub... Äh, ich kann es von hier machen. Warte. Das sind Brücken, richtig? Das sind Brücken. Ja, das ist natürlich interessant. Das heißt, für mich automatisch, dass hier einfach die Explosionsblöcke hinkommen. Ich kenne den sie nicht. Achtung. Es macht meinen schubben. Warte. Es warят, okay? Ich mache die Anhalos. Ich kann es nicht so zacken. Ich denke, was ist dernachring. Ich kann es nicht, wenn sie auch nicht so zacken. Ich kann es nicht so zacken. Ich bin ande. Ich glaube, das klappt jetzt schon. Das Ding ist nur, die ganzen Blöcke da oben müssen ja auch irgendwie umfallen. Die baue ich also alle Zfiller ein. Ich gucke gerade mal einfach, ob das klappt. Weil der haut jetzt, glaube ich, das Ende um. Und die anderen muss ich dann wahrscheinlich nur einbauen. Ähm, dass sie umfallen. Die Ascension-Blocke sind ja überhaupt kein Problem. Die Explosions-Blocke explodieren ja direkt unter denen. Würde also nichts ändern. Und da ist halt der gelbe Block, der alles, ähm, blockiert. Das ist meine einzige Möglichkeit. Ja, es klappt halt alles. Ich muss die anderen Blöcke nur versorgen. Und ich weiß, die Ascension-Blocke sind ja überhaupt kein Problem. Aber wie kriege ich die ganzen Tumblr-Blöcke rein, dass sie stoppen oder von der Kante fallen? Ich habe leider keinen Delay-Block. Das wäre natürlich easy. Und ich weiß, dass sie nicht so gut sind. Das ist die Frage, wie kriege ich die anderen Tumblr-Blöcke? Bringe ich die zum Umfallen? Okay, blöde Sache. Was passiert, wenn ich den hier anschubsen würde? Hätte ich vorher ausprobieren sollen. Ich glaube, die crashen irgendwie, oder? Ja, die crashen halt direkt. Anhalten kann ich sie halt auch nicht. Okay, war da eine andere Idee. Ja, die crashen halt da hinten schon. Sehe ich gerade erst. Komm ich da rechtzeitig hin, theoretisch. Dass ich die da runterfallen lassen könnte. Würde die auch richtig gehen, oder? Ich brauche nur einen, der schneller kommt. Und das kann ich machen, indem ich die Vanish-Blöcke hier hinstelle. Oder die Ascension-Blöcke sogar. Obwohl, bei denen bin ich mir nicht so sicher. Aber warum kann ich schaden, oder? Ich weiß nicht, was ich so sicher healthily. Ich glaube, ich habe genug Zeit hier für alles. Wenn ich ehrlich bin. Weil das sind so ganz viele Blöcke da oben, die ich rumplatzieren. Ah, ich hätte die einfach hochbringen können vielleicht. Ich kann das, glaube ich, einfacher machen, indem ich die mittlere Reihe nicht benutze, sondern die obere. Ich hoffe, ich komme da schnell genug hin. Bin ich mir gerade auch nicht hundertprozentig sicher. Ah, ein bisschen sketchy. Ja, das habe ich ein bisschen falsch gemacht. Der letzte Templar-Block kommt hier nach vorne. Jetzt muss ich aber die ganzen Blöcke hier noch... Ja, das war ein bisschen los. Ich ziehe diese Idee jetzt einmal durch. Ansonsten baue ich das alles in die obere Reihe. Dann muss ich nicht viel umstellen. Dann muss ich nur die vier Blöcke, die da sind, in der mittleren Reihe umstellen. Und ich hoffe, dass ich schnell genug da hinkomme. Zwei Blöcke noch? Naja. Zwei Blöcke noch? Ja, komm, steck den Block. Jetzt komm ich da wieder nicht hin, weil das hinter dieser blöden Leiter ist, oder was? Ich hasse das. Warum geht das? Aber hier hin kann ich's auch nicht machen. Doch, da krieg ich's hin. Okay. Sollte klappen, oder? Wo ist die Tür? Weh, da hab ich jetzt irgendwas falsch produziert. Sieht aber ganz gut aus. Oh nein, da haut das zeitlich hin. Oh nein, komm, weh. 20 Sekunden noch, ey. Eieieieiei, komm, 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 komm. Gib Gas. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, alter. Freu dich nicht so lange, geh da durch. Alles klar. Ah, das war ein bisschen sketchy. Ja, irgendwie ein bisschen zu knapp. 3 Sekunden noch. Egal, war keine so eine schwere Stage. Sag mal, hier. Ich kann einen Token benutzen, aber falls es dann Geld geben würde, würde ich kein Geld kriegen. Und ich weiß nicht, ob ich Geld kriegen würde. Deshalb war ich ehrlich, wenn ich das Geld habe. Und ich hab in dieser Stage noch kein Geld. Das heißt, in den nächsten 3 Stages. Ich hab auch grad aktuell keine Token, tatsächlich. Jetzt hab ich einen Token. Die werden halt nicht gespeichert. Ich kann da halt wieder hoch. Ich hab halt... Warum kann ich jetzt hier nicht runterklettern? Kann mir das einer erklären? Ich kann hier nicht runterklettern. Ähm... Bullshit? Ich kann da nicht runterklettern. Ich drücke nach unten, wie mein Input ist, der sieht. Ich kann da nicht runterklettern. Was ist das? Ähm... Ja. Das ist schlecht. Warum? Also... Vielleicht gewollt. Vielleicht gewollt, ganz ehrlich, aber... Warum? Weil hier sind Explosionsblöcke. Deswegen vielleicht gewollt, aber... Hm. Wahrscheinlich gewollt, aber warum ist da eine Leiter? Sehr, sehr weird. Nein, der muss da stehen bleiben. Den kann ich nämlich wieder nicht da hinsetzen, weil das vor einer Tür ist. Den kann ich deswegen da nicht wegnehmen. Das ist auch vor der Ausgangstür, deswegen kann der da gar nicht liegen bleiben, oder? Sehe ich das richtig? Obwohl, wenn da hinter ein Explosionsblock ist, dann fällt der runter. Weil da muss ein Hintermuss ein Explosionsblock. Ich weiß tatsächlich noch nicht, wo der letzte Delayblock hin soll. Den will ich mir runternehmen, oder was? Weil... Weil... Hi du! Ich mach grad die letzten Levels. Das ist ein Kirby auf deinem T-Shirt. Nein! Stimmt, das ist ein Pullover. Guck mal, guck mal diese... Guck mal diese tolle Leiter an. Ich kann bis da klettern. Was? Ich weiß es auch nicht. Ich kann nicht runter. Was gewollt ist, aber warum ist da eine Leiter? Man weiß es nicht. Cool. Ja, es ist also gewollt, weil ich hab hier einen Explosionsblock und so, aber... Die Leiter ist irgendwie am besten falsch gesetzt. Ich glaub, die sollte einfach nicht existieren, wahrscheinlich. So, Idee wär jetzt, das hier so zu machen, dann müsste alles aktiviert werden. Dann hab ich ja bei diesem blöden Delayblock über. Tatsächlich kann ich den Kindern sagen. Kirby. Ja. Cool. Ich kenn das, das ist das und das. Was sagt das Kind, was? Ob Oblox spielt? Nein. Uff. Ob Oblox spielt? Ob Oblox spielt? Ja, okay. Dann kann ich an dir schon anlässt, wie es ist. Garantiert. Ah, okay. Weil es die Tare muss gehen. Natürlich. Ja. Na ja, ich denke, das kann das auch von ihm machen. Ähm, ein anderes Video darf. Oh, das ist eins von denen, das spielt mein Bruder auch. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ich denke, das Kind spielt, ich kann es auch mit seiner kleinen Schwester zeigen. Klar. Aber bei dem Grund davor, das spielt mein Bruder auch. Das ist das richtige Video. Okay. Übrigens, aber kann es sein. Oh, okay. Na gut, da weiß man, was die Eltern sich richtig um das Kind kümmern. Indem sie ein Handy, das Smartphone in der Hand drückt. Interessanterweise hat mein Bruder, der ist, ähm, ab. Ja. Ja, ich denke mal, der wird schon mit. Ähm, das ist dünnig aus. Ja. Ja. Ja, aber du hast ja gerade noch so knapp gesehen. Du brauchst mich schon mal an, dein Bruder und diese kleine Runde finden. Das ist so, als wenn du Karten in die Linke zusammen bestellst. Okay. Okay, das war gerade verdammt knapp. Es hätte fast hingehauen. Schien jetzt gar nicht so schwer. Ich habe lediglich den einen Block, der da... Ähm, was mache ich da allerdings? Damit der aufhört zu rollen. Was muss ich da machen? Alles andere war schon mal richtig. Der Block fiel ziemlich langsam. Ach, der Ascension-Block ist das lediglich, der da fällt, ne? Das ist ja halb so schlimm. Ansonsten habe ich doch gar nichts gemacht. Okay, krass. Aber wenn er so hinhaut. Von mir aus. Also wenn das einzige, was ich hier machen muss, ist den wegstellen, oder was? Aber die Leiter kommt tatsächlich nicht bis zum Boden. Interessant. Und das war's. Der ist nicht... Okay. Da muss ich auch noch was machen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da was machen muss, tatsächlich. Mist. Was kann ich da machen? Damit da was passiert? Sehr cool. Toll, das war schon ziemlich früher. Ja. Ich dachte mir, dass du Z2 angriffst und eigentlich erst aufstehen musst. Eigentlich aufstehen. Und habe ein Spiel mit Genshin-Impfant. Ah, hast du Spielspiele? Okay. Ah, das war knapp. Okay. Morgen tatsächlich. Nice. Gut, zwei Stunden. Krass. Und zwei Stunden. Cool. Wolltest du gleich spielen wahrscheinlich? Ja. Bin ich auch voll dabei. Deswegen habe ich das jetzt schon angefangen. Und versuch die letzten vier Levels jetzt noch zu machen. Habe ich gedacht, ja. Oder? Achso. Hattest du das nicht gesagt? Nee, das Spiel um Tsushima. Achso, weil es auch so ein Breath of the Wild Spiel ist, oder? Ja. Nur im alten Japan. Das ist jetzt das Ohr Fantasy-Welt. Und das ist halt... Äh, auf... Ich guck's nach auf jeden Fall gleich mal an. Mal schauen. Ich dachte, das war das, was du meintest. Nee, ich meine... Ah, okay. Hier wollte ich übrigens... Wollte ich morgen wieder abholen. Ja, hatte ich auch schon. Muss ich Flo nochmal schreiben. Ne, hat er ja letztes Mal schon gesagt. Nicht unbedingt. So, so könnte das aber klappen. Oh, oh, der... Ist es da? Das war nicht. Mist. Man kommt da raus. Oder ist es schon raus? Ist es schon raus? Was nicht? Ich wollte halt einfach nur noch nicht spielen, weil... Okay. Jo. So, es scheint aber auch nicht so das schwere Level hier zu sein. Ich muss lediglich in der Zeit den roten linken oberen Block woanders hinpacken. Und unten... bin ich mir noch ganz nicht sicher, aber ich verschaffe mir da jetzt ein bisschen mehr Zeit. Was will ich da unten machen? Ich kann gerade mal überlegen. Ich habe Zeit. Ja, okay. Ich gucke es mir gleich mal an. Ja, gut. Kosmetik-Sachen. Ich glaube, da unten will ich lediglich den Delay-Block mehr näher an den anderen Block bringen. An den Tumblr. Achso, das ist sogar noch schneller, wenn ich das hier so mache. Das sehe ich gerade. Von hier, wenn ich von neben und von da pusche. Stellen wir mal da ab. Ich könnte mir aber schon wieder vorstellen, dass ich zu langsam bin. Ja. Ist alles zu langsam. Das ist toll. Ja. Das hat das vorhin nicht irgendwie besser hingehauen. Auf der rechten Seite. Ist ja alles viel zu schnell da. Ach, weil das ist der linke Block, der den da mitnimmt tatsächlich. Dann will ich wahrscheinlich auf der rechten Seite runter und das alles machen. Schauen wir das. Äh, das war der falsche. Ich glaube, ich glaube, das kommt von der anderen Seite. Dann würde ich den wahrscheinlich von hier pushen. Allerdings kann ich da nicht da hoch. Das wäre also eine gute Idee. Der loopt dann halt da. Dann komme ich da rechtzeitig hoch. Boah, Dale, wie komme ich denn den ran, da nochmal? Oder kann ich da unten den Ascension Block woanders hinstellen? Ah, das ist nah dran, aber irgendwie noch nicht ganz. Das war der falsche. Ich sehe es noch nicht ganz. Ich komme da links oben halt richtig langsam hin. Okay, weil der Plan könnte sein, nach ganz unten zu gehen, den Ascension Block links wegzunehmen, den... Den... Ach, gerade, gerade, gerade. Hat das geklappt? Ja, oder? Nice. Das liegt doch nichts von meiner Tür und ich kann in die Tür rein. Sehr cool. Okay. Noch eine Stage weniger. Drei Stages noch. Natürlich, ich kriege bestimmt das Geld einfach an Level 99. So, die war aber auch nicht so schwer, die Stage jetzt gerade. Da unten ist ein Tumbler und ein Ascension, die ich irgendwo platzieren muss. Hinter dem Ziel ist ein Splitter. Das sieht auch nicht richtig aus. Okay, hier sind ganz viele... Ich kann da rechts nicht rüber. What? Ich habe irgendwie das Gefühl, eine Idee ist es, ich benutze den Purscht als erstes. Ich glaube, irgendwie, das ist eine gute Idee. Gute Explosionsblock hier hin. Ich weiß nicht, was der Explosionsblock soll. Das ist mir irgendwie zu viel. Und ich weiß auch nicht, was der Ascensionblock soll. Was ist das denn schon wieder? Was kann ich da runter? Oh, die mit den Trollleitern hier. Was soll denn das? Wieder so eine Mechanik, die einfach komplett doof ist. Also Welt 9 hat ein paar komische Mechaniken drin, ey. Das muss man wirklich mal lassen. Die anderen Welten hatten das nicht. Das heißt also automatisch, dass ich... Ja, okay, das ist eigentlich... Komme ich da dann wieder hoch? Kann ich die Leiter hochklettern? Ist das so ein Ding? Wahrscheinlich sind das solche Leitern, ne? Geht das? Okay. 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 Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss hier halt den Explosionsstein aktivieren. Wahrscheinlich hätte ich da den hinterm Ziel nehmen können. Und zwar macht man das wahrscheinlich... einfach... so. Leider links liegen jetzt hier Steine auch. Ich hätte jetzt mal wenigstens ausprobieren können, ob man hier hochklettern kann. Und ich muss das hier machen. Das ist das Ding. Dann will ich automatisch... Ja... Das... Ich kann, dass das hier ein bisschen weiter links passiert. Ich will das hier ein paar gleich mit umfahren, glaube ich. Kann ich dann also ruhig hier hinten machen. Ich habe wieder wenigstens quasi kein Zeitlimit hier. Das ist ganz gut. Wahrscheinlich aber auch nicht, dass das so das schwerste Level ist. Aber ich muss das mal ein bisschen rausfinden, wie der Anfang hier gedacht ist. Weil ich muss ja an die Blöcke da unten irgendwie rankommen. Das ist halt eine Möglichkeit, um hier runterzukommen. Ja, ich kann da... Es ist nur eine Leiter, die kann ich nur hochklettern. Okay. Der kommt einfach weg. Ach ja. Ich weiß auch nicht, ob ich den irgendwie überhaupt brauche. Ich pack den einfach erstmal hier oben hin. Der kann da hin. Ach so, da habe ich gar keinen Splitter, ne? Dann will ich den Splitter hier runternehmen. In dieser Reihe. Die Blöcke sind ein bisschen komisch angeordnet. Ich habe hier viel zu machen. Ich habe das Gefühl. Das Problem ist, ich komme da hinten halt nicht ran. Er ist ganz spät. Heißt also doch wahrscheinlich, dass ich den hier hinpacken will. Das ist gar kein Splitter. Was mache ich mit dem Explosionsplag? Also kümmer, ich kann das von hier an tippen. Da fällt das alles um. Hier splittet das. Hier links fällt alles um. Splittet das. Da unten fällt alles um. Und haben beaktiviert. Hier rechts fällt der um. Splittet den. Und explodiert da ganz hinten nochmal. Das ist halt... Das will ich halt ändern. Sobald hier die Explosion fällt, will ich den Explosionsplag von ganz rechts nach ganz... Wait. Was? Ich will doch den Push benutzen wahrscheinlich hier. Äh. Bin ich mal sicher, ob das hier funktioniert oder ob der auf den anderen crasht. Das ist ein Problem. Ich glaube, das crasht. Das ist doof. Ich weiß, ich könnte aber... Dann können wir das Zeitlimit doch vielleicht knapp. Den durch den Splitter austauschen. Den letzten am besten. Damit ich hier mehr Platz habe. Obwohl das eigentlich egal wäre. Mist fällt mir gerade auf. Ich habe meinen Push allerdings schon benutzt. Ich brauche noch irgendwo einen Splitter. Und ich habe, glaube ich, keinen mehr. Das ist ein Problem. Ist es? Und ich habe keinen Push mehr. Das war's. Ich brauche den Splitter hier nicht unbedingt. Damn. Könnte klappen. Oh, ich muss das aber... Ich sehe noch einen Fehler. Achso, den brauche ich zum Starten. Ich habe das Gefühl, mir fehlt ein Block. Ich kann hier ja einen wegnehmen. Jetzt muss ich aber immer zur Sache kommen, ey. Die Zeit läuft langsam ab. Ah, ich hoffe, das klappt. Ich hoffe gerade einfach nur, dass es klappt. Ist irgendwas Doofes crasht oder so? Was ist denn die doofe Tür oben? Oh boy, das war einfach so viel hin- und hergepackt, ey. Das war acht Minuten lang Steine hin- und herschieben. Gut, dass das geklappt hat. Oh, Mann. Ei, 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 ei. Da habe ich mir richtig was zusammengerotzt, ey. Zwei. So sieht es aus. Jetzt kommt das richtige letzte Level und danach kommt das richtige, richtige letzte Level. So, ich sehe schon mal, ich muss vom Ende eine Brücke bauen. Das heißt, ich brauche da irgendwo einen Tumbler. Okay. Ich kann nur hier oben hin. Ich kann da unten gar nicht hin. Ah, was ist das denn? Hier oben ist mein ganzes Repertoire, was ich habe. Sehe ich schon. Also was für mich eindeutig ist, dass hier ein Tumbler hinkommt. Und da hinten auch. Ich kann da unten halt echt nicht hin. Sehr schade. Ich weiß, ob man der Block hier soll. Ich will einfach mal gucken, was passiert. Ich habe das Gefühl, ich will jetzt hier noch eine Brücke hinstellen. Aber da fällt der einfach nur auf den anderen. Halleluja. Da hat er so richtig viel. Okay, die Stelle jetzt sieht nicht gerade einfach aus. Seien wir ehrlich. Ich kann da nicht unten hin. Das ist halt sehr eigenartig. Ich muss von hier oben richtig viele Sachen machen. Ich kann ganz viele Sachen auch machen, indem ich nicht pushe durch die ganzen Splitter-Blöcke. Obwohl ich das auch nicht immer wieder machen kann. Ich habe eine Brücke. Ich habe ganz viele Vanished Blocks. Ein paar normale Blöcke. Splitter. Und drei Tumbler. Mit einem Tumbler kann ich halt die Steine da unten aktivieren. Und dann will ich ja irgendwie gucken, dass ich da eine Brücke hinbaue. In gewissem Rahmen. Oh, da ist es auch eine Sender. Habe ich sogar. Aber. Das ist voll das Cluster-Fuck. Ich habe das Gefühl, ich muss hier oben eine Contraption bauen. Das ist hier irgendwie drei Tumbler unterschiedlich. Ey, was ist das denn? Das ist wirklich eine miese Stage. Holy moly. Das ist ja wirklich keine schöne Stage. Und hier ist ja eh alles voll mit Blöcken. Ich habe hier nur eine leere Stelle. Zwei leere Stellen. Hier passiert halt auch nicht viel, wenn ich das mache. Was ich den pushen würde oder so, passiert halt auch nicht gerade viel. Jetzt fallen die drei da unten oben um und so war es das. Hurra. Okay, gucken wir uns mal hier unten die Reihen ran. Was muss ich denn da unten theoretisch machen? Einen Tumbler schicke ich runter für die unterste Reihe. Dann will ich einen Tumbler runter schicken für die zweite Reihe. Dann muss ich halt da eine Brücke bauen. Wahrscheinlich. Was ist das für eine Stage? Was ist das für eine Stage? Was mache ich damit? Sobald ich einmal hier runter gesprungen bin, was ich auch nur von einer Seite kann. Wegen Fallschaden, glaube ich. Bin ich halt hier unten. Ich kann nicht wieder hoch. Ich kann dann oben nochmal eventuell was aktivieren, indem ich das hier mache. Obwohl, nein. Ah, der geht nicht unbedingt höher. Ich kann mich der Arm am Kopf kratzen, aber das hilft mir nicht weiter. Ich kann mich der Arm am Kopf kratzen, aber das hilft mir nicht weiter. Ihr dürft gerne miträtseln, falls ihr da irgendwelche Ideen habt. Ich komme mir gerade voll nicht drauf klar. Ich kann mich der Arm am Kopf kratzen, wenn ich das hier mache. Ich räume mir einfach erst mal ein bisschen auf. Was haltet der denn davon? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Toll. Bring mir aber nicht gerade viel. Ich muss jetzt halt in die zweite Reihe noch ein Tumbler bringen. Und da muss ich noch ein Tumbler von hier pushen. Wie kriege ich das hin? Das befordert quasi zweimal, dass ich runtergehe. Ich hoffe nicht, das hat die Speed вижу. Was ich gerade überlege ist, wo ich die Brücke hinpacke. Ich könnte die Brücke, was ich ursprünglich gedacht habe, dass ich die Brücke irgendwie in die unterste Reihe, dass ich die zumachen muss. Das ist eine gute Idee, aber es gibt gar keine Möglichkeit, wie ich das machen kann. Ich will gucken, ob ich den Fall überlebe. Nein. Das hätte ich da einen Splittstein hinlegen können, indem ich runterfalle. Ja, ich fand die Idee, dass ich hier ein bisschen aufräume, gar nicht mal so schlecht. Irgendwie. Die unterste Reihe, dass ich die so aktivieren muss, ist mir einleuchtend. Und ich kann an so keinen Stein runterbringen. Kann ich einfach nicht. Weil ich kriege halt Fallschaden oder ich falle auf die Brücke. Deswegen, die große Frage ist gerade, wo bringe ich die Brücke hier oben hin? Ich glaube nicht, dass die Brücke hier bleiben muss, wo sie jetzt ist. Weil ich, das sehe ich nicht. Was soll da hinten passieren? Da kann ja nichts mehr passieren. Ich könnte hier hinten vielleicht einen Splitter draufstellen. Und dann geht das in die Richtung wieder. Ja. Hatte ich schon schlechtere Ideen. Das kann man vielleicht probieren irgendwann mal. Also vielleicht bleibt die Brücke da tatsächlich oben. Ansonsten wäre die Idee, dass ich da unten einen Splitter hinstellen muss. Aber da komme ich ja nicht hin. Die andere Idee war gerade gewesen für eine lange Zeit, hier die Brücke hinzubauen. So dass, wenn da ein Stein, Tabler runterfällt, in die unterste Reihe, in die zweite Reihe von unten fällt. Aber was bringt das? Ich bin schon ziemlich sicher, dass von dieser Seite aus ein Tumbler fallen muss, sodass die Brücke da aktiviert wird. Okay, sagen wir mal, ich kriege irgendwie hin, dass hier zwei Tumbler mit unterschiedlichem Rhythmus runterfallen. Dann könnte ich... Ich kann ja keine Brücke mitnehmen. Ich kann die Brücke hier klauen. Aber die muss da doch bleiben. Also ich kann mir vorstellen, dass ich oben hinkriege, dass Tumbler in unterschiedlichen Rhythmen da lang gehen. Und dass ich sogar eventuell danach noch einen Push über habe. Aber dann... Was dann? Moment, Moment, Moment. Okay, ich kann noch mehr Sachen ausschließen. Ich muss nicht in die unterste Reihe, weil ich muss auf dieser Höhe hier bleiben. Das heißt auch automatisch, dass diese Brücke hier bleiben muss. Okay, das ist ganz gut. Weil da ist der Ausgang. Und ich kann ja nicht wieder hoch. Okay, das grenzt die Sache schon mal wieder ein bisschen mehr ein. Aber... Okay, was ich überlege, ich muss... Meine Maus sieht man nicht. Der untere... Der zweite Delayblock, also nicht der unterste, sondern der darüber. Den muss ich von links aktivieren. Mit dem Tumbler. Und ich kann mir das nur vorstellen, dass... Ich kann mir nur vorstellen, dass da dann irgendwie eine Brücke hin muss. Aber da ist keine Brücke. Und ich kann den auch nicht von unten aktivieren. Hi Mike. Ich bin gerade ganz stark am rübeln. Wir sind in der letzten von den normalen Stages. Und danach noch eine Bonus-Stage. Aber das ist das komplette Clusterfuck an Stein. Du kommst zum... Also das ist auf jeden Fall nicht das einfachste Level, um alles zu erklären. Okay. Ich versuch's aber vielleicht erklären, hilft manchmal beim Lösen. Hier unten ist der Endstein. Das ist der... Unter mir. Unter der Ameise. Ich bin die Ameise. Unter mir ist dieser Stein mit den drei... Äh... Roten Streifen drauf. Das ist der Endstein. Alle Steine müssen fallen. Ich darf einmal pushen. Das ist ein Push. Ich kann einmal Steine anschubsen halt. Und der muss als letztes fallen. Basic Objective. Und die Steine machen alle was unterschiedliches. Gelbe Steine sind ganz normal. Die fallen. Ähm... Diese Steine mit den zwei roten Strichen sind auch relativ egal. Ähm... Die verschwinden danach. Das heißt, andere Steine können danach noch da wieder lang. Dann habe ich hier an der Seite die mit dem großen Strich. Das sind Tumbler-Steine. Wenn die einmal umfallen, fallen die immer weiter um. Das heißt, ich kann gerade mal hier eine Kombination demonstrieren. Wenn ich zum Beispiel diese Vanishing-Steine habe und den Tumbler. Dann... Dann... Tumblet der Stein dagegen. Rollt dann aber weiter, weil die Steine ja verschwinden. Das ist eine Kombination. Und da unten haben wir die Delay-Blöcke. Da wird ein Stein einmalig dran gespiegelt. Das ist sehr relevant für die Tumbler. Und danach fallen sie trotzdem um. Ähm... Und dann haben wir zu guter Letzt... Die Splitter. Äh... Die machen, wenn ein Stein rauffällt. Oder auch, wenn ich rauf springe. Das ist sehr relevant, weil dann brauche ich keinen Push, um Steine zu aktivieren. Äh... Fallen die nach links und rechts um. Das wird hier sehr relevant sein. Und... Okay. Ganz zu guter Letzt haben wir hier noch die Brücken. Die bauen eine Brücke. Boah. Was da passiert? Ich kann gerade nicht mehr pushen. Deswegen kann ich es gerade nicht demonstrieren. Kann ich aber hier gerade nochmal zeigen. Die Brücke macht eine Brücke. Warum Brücke? Äh... Oder habe ich noch was vergessen? Ach. Da unten ist dieser... Ganz unten links ist der Stein mit dem Einstrich, der... Äh... Längs geht. Das ist ein Ascender. Was der macht, wenn er aktiviert wird, dann fliegt er hoch gegen die Wand. Und... Fällt dann um wie ein Stein. Und da hinten ist der ganz rote Stein. Das ist einfach eine... Eine Wand. Da wird jeder dran... Stein dran gespiegelt. Viel zu viel Input, aber ich meine, das ist die letzte Stage. Da ist viel Input. Sorry, aber ich... Wenn irgendwas unklar ist, einfach fragen, weil... Ja, das ist eine schwere Stage. Und danach muss ich außerdem zu dem Ziel, was direkt unter mir gerade ist. Dass ich gerade erst festgestellt habe... Ich kann alle Steine so oft umbauen, wie ich will. Meine Idee ist gerade... Inwiefern das halt für dich Sinn macht, weiß ich gerade noch nicht, weil du hast es gerade erst mitgekriegt. Meine Idee ist, dass ich hier diese drei Tumblr aktivieren muss. Dass sie in unterschiedlichen Abständen automatisch fallen. Das kann ich machen. Ich kann dir mal eine kleine Demonstration dazu zeigen, wie ich das meine. Ich stelle zum Beispiel hier einen hin. Weil das Ding ist, man sieht ja Leitern, ich kann halt nicht überall hin. Weil ich habe hier halt die Leitern. Das heißt, ich kann zum Beispiel nicht... In den ganzen unteren Abschnitt kann ich nicht hin, ohne den oberen Abschnitt zu verlassen. Und dann kann ich nie wieder hoch. In die beiden untersten Reihen kann ich gar nicht rein. Weil ich zum Ende danach muss. Und die Tür ist in der Etage unter mir. Okay, und ich kann unterschiedliche Tumblr zum Beispiel so aktivieren. Dann sind jetzt zwei Tumblr aktiv. Und machen eventuell unterschiedliche Dinge. Weil ich kann in der Zeit, wo die fallen, auch immer noch Steine umstellen. Und was ich gerade versuche, ist den Delay Stein, der jetzt gerade noch steht, von links zu aktivieren. Aber ich überlege, ob das überhaupt machbar ist. Weil wie soll ich den von links aktivieren? Denn ich habe keine Steine, die da irgendwie was machen können von hier oben aus. Ich kann keine Steine auf Kanten unterwerfen, falls das eine Idee wäre. Aber nee. Ich kann halt nur Sachen hier oben machen. Bis halt die Steine fallen. Dann kann ich eventuell hier noch Sachen umstellen. Bis dahin aber... Hier oben ist halt eine Idee, dass ich hier eventuell mal einen Stein pushe. Dass dann eine Brücke kommt. Und dann kann ich hier noch Sachen benutzen. Was auch eine Idee ist, ist, dass ich das dann da oben mache. Da eventuell schon ein oder zwei Tumblr-Steine hinstelle. Und dann hier, wie ich das gerade mache, das habe ich auch noch nicht gemacht bisher, auch noch so Splitter-Steine hinstelle. Und dadurch könnte ich dann auch noch einen Tumblr aktivieren, eventuell. Also ich kriege drei Steine auf jeden Fall im unterschiedlichen Rhythmus los. Zum Schluss muss ich halt auch noch gucken, dass alle Steine umfallen. Aber das ist jetzt erstmal noch nicht das Problem. Das Problem ist aktuell erstmal einfach, wie ich schaffe, den Endstein umzuschmeißen. Hab ich aktuell noch keine Idee. Und die kann ich hier relativ willkürlich aufteilen, wie ich die fallen lassen will. Ich packe den erstmal einfach hier hin. So, also kann hier unten oben alles aktivieren, so wie ich will. Quasi, jetzt kommen drei Tumblr-Steine in einem unterschiedlichen Rhythmus. Obwohl die... Interessant, wie der Splitter-Steine auf der Etage nicht funktioniert. Okay, das ist sehr interessant. Ich dachte, das geht. Ist ganz gut, dass ich das gemacht habe. Jetzt kann ich das auch schon mal ausplanen. Aber der Plan ist erstmal, wie kann ich das da unten überhaupt alles aktivieren. Hey! 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 Boah, ich hab ne komische Idee, die irgendwie hinnauen könnte, wenn ich die Brücke nach hier bauere. Ich aktiviere den grad einfach mal. Obwohl, machen wir das mal hier. Ich kann halt die Brücke aktivieren, ohne dass irgendwas passiert. Vorher muss ich wahrscheinlich erstmal den ersten Tumblr runterschicken. Sehe ich gerade. Aber das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Ich mache jetzt erstmal einfach die Brücke. Die unterste Reihe ist ja quasi klar, wie ich die mache. Die unterste Reihe ist easy. Muss ich lediglich mit dem Tumblr davor einmal runterschicken. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Moment, die Brücke... What? So funktioniert das? Okay. Hey! Na denn? Na denn? Okay. Äh, ja. Das, das... Ich dachte, der baut direkt einfach ne Brücke. Das ist ne Brücke. Die braucht zwei Enden, richtig? Okay, ich habe jetzt ganz komisch gedacht. Ich mache jetzt hier oben die Brücke. Und weil der Boden ja dann ganz anders ist, kann ich den Ascender von links... Ähm, so hochschicken, dass er die oberste Reihe aktiviert. Und die linken beiden Blöcke packe ich einfach weg. So was hatte ich jetzt gedacht. So, und wenn der jetzt fällt, dann fällt einfach alles um. Okay, das scheint gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das noch irgendwie funktionierend machen. Okay, schicken wir erstmal einfach einen Tumbler runter. Ohne irgendwas weiter zu bedenken. Einfach einen Tumbler runter schicken, wenn gut ist. Ich mache den Splitter so weit wie möglich nach rechts, dass er mir nachher nicht im Weg steht. Klingt logisch. So, jetzt ist die Frage, was brauche ich jetzt eigentlich noch? Ich brauche die Brücke, ich brauche den Tumbler. Ich brauche einen Tumbler, der kann direkt vor der Brücke stehen. Also hier brauche ich eine Brücke. Hier brauche ich den Tumbler. Und meinetwegen... einen normalen Stein und einen Splitter. Alles andere muss ich gerade erstmal zerstören. Warte, ich baue das einfach schon mal auf hier. Ich kann das einfach aufbauen. Pokémon Omega Rubin kopiert. In die Fähne kopiert. Okay, ich muss mich hier gerade aber kurz mal konzentrieren. Ich muss hier das erstmal machen. Ich weiß ja nicht, was der Tumbler hier will. Ich habe so viele Möglichkeiten, die brauche ich alle gar nicht. Ich muss halt die Splitter auf jeden Fall noch loswerden. Und ich glaube, das klappt nur... Ich probiere das gerade mal aus. Ich glaube, das hat vorhin... Das hat vorhin geklappt, dass die einfach irgendwie komisch auf dieser Plattform glitschen. Und nicht runterfallen, tatsächlich. Was ein bisschen weird ist. Aber ich muss die loswerden. Weil die dürfen halt nicht nach links oder rechts fallen, ansonsten. Ich kann auch meinen Push noch benutzen, das ist was gut ist. Ich hoffe, der fällt jetzt nicht. Ansonsten ruin... Okay, damit er mir nicht alles ruiniert. Falls das jetzt nicht passiert. Falls jetzt... Der tatsächlich runterfällt aus irgendeinem Grund. So, fällt er nicht. Warum auch immer nicht. Ähm... Gut. Ich habe halt den einen Push noch. Den werde ich einfach benutzen, um oben die ganze Steine auszulöschen. Halt wirklich, weil das sind Vanishing-Steine. So, das ist mein fallender Block zum Schluss. So, der kommt hier hin, meinetwegen. Und ich glaube, das ist es. Ich sollte jetzt noch den Vanishing-Stein nochmal verbauen und dann habe ich es. Den kann ich hier noch einfach verbauen. Der Tumbler wird blockiert, das ist gut. Und jetzt kann ich meinen Push benutzen, um das hier zu machen. Okay, jetzt nochmal sicher gehen. Filter nicht vor der Brücke beim Ziel im Stein. Ja, danke. Sehr gut gesehen. Dann muss ich mir also einen Tumbler mitnehmen. Den muss ich da schnell hinstellen. Wow, richtig gut gesehen. Richtig gut gesehen. Okay, äh... Hier kommt die Brücke. Und sobald... Wait. Nein, das geht gar nicht alles. Oder? Da fällt die Brücke, dann fällt der da hin. What? Ne, die rote Wand kann ich nicht benutzen. Die wir von dem Essential-Stein benutzen, dann fallen die oberen Reihen um. Und dann? Weil dann ist ja hier auch die Brücke, da ist ja auch ein Loch. Der Essential-Stein geht an den roten, dann an den gelben. Und baut dann die Brücke und... Hey! Dann? Dann? Da... Ich hab auch zwei... Ich muss zwei Lücken füllen. Hier kommt auf jeden Fall ein Essential-Block hin. Und da auch, oder was? Äh, ein Tumbler. Hey! Aber ich kann doch nur einen Stein runternehmen. Das Ding ist, wenn ich jetzt noch einen Push hätte... Was, keine Ahnung, ja, eventuell irgendwie möglich ist... Dann hätte ich hier noch einen Tumbler pushen können zum Schluss. Hey! Das ist wahrscheinlich sogar die Lösung. Hey! Aber dann? Dann pushe ich hier einen Tumbler und... Hey! Dann? Dann ist er hinten immer noch die Lücke und ich... Kann da nie im Leben so einen Stein so schnell hinbringen. Vorhin bräuchte ich dann noch einen Tumbler. What? Ah, das war so gut. Das war wirklich... Ich hab mir das gefallen. Nee, Moment. Okay, Moment, 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 Moment. Wir machen... Ich zieh das jetzt gerade mal durch. Mir fehlt der Push. Ich glaub, mir fehlt der Push. Ich glaub, mir fehlt echt nur der Push. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja, ja, mir fehlt nur der Push. Okay, ich muss den jetzt hier hinpacken. Der kommt hier hin. Und hier kommt der... Okay, und... Okay, und hier kommt der Push. Das ist alles, was fehlt. Das ist alles, was fehlt. Das war schon ein guter Ansatz. Ich darf nur nicht... Ich muss die Wendesteine anders löschen. Okay, okay. Krieg mal hin. Dann mach mal vorn. Wow, alle anderen haben bisher gesagt, der Soundtrack von dem Spiel ist grottenschlecht. Aber es liegt wahrscheinlich auch am Level. Also, ich hab kein Problem mit der Musik. Viele kamen hier rein und haben gesagt, wie kannst du das hören die ganze Zeit? Und ich hab einfach kein Problem damit. So, der ist klar. Dann verbaue ich jetzt einfach erst mal meine ganzen... Vanished Steine. Aber die brauche ich nicht. Ich kann auch direkt schon die Brücke bauen. Eigentlich. Also eben, ich hab kein Problem mit der Musik. Die Musik ist in Ordnung, finde ich. Aber ich war da bisher recht alleine. Teilweise war die Musik nicht so gut. Also die Musik ist hier besser. Es gab wirklich auch nicht gute Musik. Jede Welt hat nämlich eine andere. Ich brauche keinen von den Vanished Steinen mehr, oder? Sehe ich das richtig? Da muss ich alle lediglich noch irgendwie verbauen. Die Brücke kann ich jetzt schon mal machen. Das macht keinen Unterschied. Hier. Ja. Ja. Ja, den einzelnen Stein nehme ich gleich zum nächsten Mal, Splitten. Aber ja. Ich hab ein bisschen Respekt vor diesen gelben Stein, weil die bleiben liegen. Die nehme ich zum Schluss. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich im letzten Level wahrscheinlich wieder. Hoffe ich jedenfalls, dass es alles so weit klappt hier. Ja. 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 Rieche alle weg. Ich hoffe. Ich glaube. Obwohl ich mir gerade nicht sicher bin, mit dem Vanished Stein irgendwie das mit runterfallen ist. Deswegen nehme ich lieber so einen gelben Stein zum runterfallen. Weil da irgendwas komisches schief geht. So. Die kommen jetzt einfach weg. So. Jetzt aufpassen. Ich glaube nicht hier runter springen, weil dann crash ich. Ich fall lieber von dieser Seite runter. Das ist sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier kein Sternstein nicht vor der Tür liegen bleibt. Ich glaube, das klappt. Yes. Stage 99. Und das letzte Stück Cash. Und das bei der 10 Stunden Marke. Kurz vor der. 10 Stunden. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. The Fiendish Final Puzzle. Good luck. You'll need it. Oh boy. Okay. Ich bin gleich wieder da. Wir gucken uns das gleich an. Ganz, ganz kurze Pause. Aber das wird schlimm, oder? Das kann nur schlimm werden. Das wird kann nur schlimm werden. Schlimm. Danke. Die Schlimm. Die Schlimm. Die Schlimm. Die Schlimm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 was soll ich damit verdecken ist das ding ich kann es auch an die stage selber reinpacken das wäre doch die idee sieht nur ein bisschen kacke aus ich so mache ist das gut kann man das streamen gut erkennen so das meint ihr ok jetzt probieren wir die blöcke aus erstmal gucken welcher der endstein ist den kann man nicht hochheben das stimmt ja hier oben den kann ich nicht hochheben das ist der endstein das ist ein roter block ein roter block haben wir hier wahrscheinlich normaler block das ist ein delay block sind die aus diagonal ja so muss man das jetzt machen auch ein delay block und ein normaler wahrscheinlich auch schätzungsweise normale es kann auch sein dass ein tumbler dabei ist halt das ding das ist ein ascension block auch schätzungsweise alles normale auch möglich dass ein tumbler dabei ist der wird wahrscheinlich schwer zu finden zu sein falls ein tumbler dabei ist ok welcher war das der zweites splitter ich glaube ich muss rausfinden ob das delay blöcke sind ich überlege ob es auch sein kann dass das brücken sein könnten ja ich nehme jetzt gerade erstmal die ascension block hier guck was das für andere ist normaler block normaler block Ne, das ist kein normaler Block, doch das ist ein normaler Block wahrscheinlich. So, der Splitter, dann kann ich halt hier hinpacken, wenn der Ascension weg geht zum Beispiel. Okay. Wenn er schon Block war, hat er gar nicht dabei glaube ich. Ich brauche eine Brücke und... ne. Was man halt machen könnte ist sowas. Das hat schonmal so weit geklappt. Ich muss gucken ob ich eine Brücke habe oder einen Tumbler. So, ich probiere jetzt hier ein paar einzelne Blöcke aus. Kein Tumbler. Das kann ja sein, dass da einer dabei ist, ne. Hey! Hey! Jetzt ist die Frage ob ich eine Brücke brauche. Vielleicht kann ich das auch so schon lösen. Das ist das Ding. Versuchen wir es nochmal so zu lösen. Das heißt ich will... Packen wir den Splitter... ...hier hin. Packen wir die rote Wand... ...hier hin. Das ist der Delay-Block, den ich da gerade weggestellt habe. Der muss auch weg. Der kommt... ...hier hin. Das ist normaler Block, ja. Reicht das? Oder fehlt mir der Block? Das sollte nicht schlimm sein, wenn mir ein Block fehlt glaube ich. Ich packe jetzt hier die Delay-Blöcke hin. Damit... ...der auf jeden Fall als letztes fällt. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Könnte tatsächlich schon klappen. Außer da sind noch irgendwelche Blöcke dabei, die ich noch nicht gesehen habe. Aber... ...sollten die dann einen Unterschied machen? Ich hoffe das ist normaler. Das ist doch nicht der Ascension-Block. Da war der Ascension-Block. Okay, okay. Ich habe mich vergriffen. Ja, war klar. Okay, aber das sah ganz gut aus, echt. Okay, bevor ich alles mache, ich gehe mal sicher, das ist der Ascension-Block. Ja, danke. Alles klar. Hallo. Willkommen im letzten Level. Und das Gimmick ist hier gar nicht so krass. Das Gimmick ist... Alle Blöcke sind gelb, aber es sind eigentlich gar nicht gelbe Blöcke. Es sind alles andere Blöcke, weshalb da oben diese Zeichnung ist. Was die Blöcke eigentlich sind. Aber ich glaube ich habe es schon raus. Tatsächlich. Sofern das die einzige Stage ist. Es kann natürlich sein, dass es auch noch mal mehrere Stages sind hier. Ich habe es gerade meine ich schon mal gelöst gehabt. Ich habe mich nur vergriffen. So. 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 Der Splitter. Nein. Der Splitter kommt jetzt hier hin. Die Lücke. Und dann war es das, oder? Ja. Wenn ich mich nicht wieder vergriffen habe. Jo. Wenn das jetzt nur die Stage ist, dann war das nicht schwer. Aber ich kann mir vorstellen, dass hier noch mehrere von diesen Stage ist. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Jo, das war die letzte Stage. Das war's. Das war's. Wir sind durch. Okay. Die letzte Stage hat gerade mal 16 Minuten gedauert, die letzte Stage. Das hätte ich fairer gedacht. Aber hänge ich an manchen wesentlich länger. Jo. Well done. Zehn Stunden Puzzlezeit vorbei. Das war ganz witzig. War irgendwie witzig. Wollen wir mal was anderes? Ich hab so wenig Puzzlespiele bisher gehabt. War irgendwie ganz witzig. Die Ameise hat hart gearbeitet und die Fährte gerade kriegt Geld. Und eigentlich ist das irgendwie Essen, glaube ich. Essen soll das eigentlich sein. Von irgendeiner bestimmten Marke. Naja. Well done. GG. Ja, es ist eigentlich ein Werbegame gewesen. Hat mich Starwolf aufgeklärt. Ich weiß nicht mehr zu welcher Marke. Irgendeine Keksmarke oder sowas, glaube ich. Aber die Super Nintendo Version ist nicht gesponsert. Also, in den anderen Versionen ist es Geld. In dieser Version ist es Geld. Jo. Cool. War auch ganz witzig. Ich bin jetzt einfach wieder in der letzten Stage, oder? Also dafür, dass... Die hätten dieses Gimmick wesentlich weiter ausprobiert. Die hätten einfach eine schwere Stage hier mitmachen können. Anstatt einfach eine relativ simple Stage. Wo nur das Gimmick ist, dass die keine Farbe haben. War jetzt nicht so krass. Hätte man sich sogar merken können. Ich dachte aber, da wären mehrere bunte Blöcke dabei. Ja, das war Push-Over. Ich halte dadurch auch gleich Spiele frei, was richtig cool ist. Aber das machen wir später.